Ja, da ist er eine Woche weg und vergisst das Mikrofon einzuschalten. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Pipiraten. Wir starten gut gelaunt die Woche mit dynamischen Themen. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich glaube, ich muss mal pipi. Hui! So, da ist er wieder, der alte Mann. Natürlich gleich wieder vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Was ist da los? Habe ich dann schon wieder alles verlernt innerhalb von einer Woche? Und was war eigentlich in der Woche los? Das werden wir heute erfahren. Allerdings nicht gleich zu Anfang, sonst muss ich auch drei wieder, drei, vier, fünfmal erzählen. Und deswegen fangen wir an mit der Begrüßungsrunde. Ganz normal starten wir gut gelaunt in die Woche. Und ich begrüße erstmal Ballritter, der war heute Morgen zuerst da und hat jetzt sogar seinen eigenen Mod-Befehl. Einen wunderschönen guten Morgen, mein lieber Ballritter. Dino Martino, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Nopfnopf hat es schon geschafft, aus dem Bett zu kriechen und sagt, Moin Fans der seichten Unterhaltung. Ist das etwas seicht hier? Muss ich tiefgründiger werden? Nopfnopf sagt mir, was soll diese Aussage? So, aha, also doch Langschläfer. Ich selbst, hallo? Nee, überhaupt nicht. Ich bin sogar schon sehr früh wach geworden heute und habe hier ein bisschen rumgedümpelt. Und auch wenn man eigentlich morgens vor der Sendung möglichst wenig Twitter konsumieren sollte, habe ich das eben getan. Ich habe so einen lustigen Beitrag eben gelesen gehabt von einem Querdenker. Also nicht der Beitrag von dem Querdenker, weil lustig, sondern der Kommentar, der darauf gemacht worden ist. Aber das, ja, wir werden heute nicht drumherum kommen, ein wenig über Corona zu sprechen, denn das war der Grund, weshalb ich letzte Woche weg war. Nicht, dass ich erkrankt bin, aber vielleicht können wir ja danach hier noch ein bisschen drüber sprechen. Würde mich jedenfalls freuen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Wie gesagt, ihr wisst, Corona ist hier normalerweise tabu, aber hilft ja nichts. Ich muss euch erklären, was gewesen ist. So, Kopfkompresse, guten Morgen. Frank DeSloff ist wieder am Start, ich grüße dich. Ich hoffe, du bist nicht allzu sehr enttäuscht, dass nicht Kitty heute Morgen hier ist. Sascha, guten Morgen. Visual One, einen wunderschönen guten Morgen. Don Braddock ist wieder da, ich grüße dich. Kai 21, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Und natürlich Sulawes Art, ich grüße dich. Party DJ Andy ist auch wieder am Start. Moin. Bazi Marzi, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, so ist es, wenn man eine Woche Auszeitebenheit nimmt. Und die habe ich drin gebraucht, ganz ehrlich. Also, das war mal notwendig. Und ja, ich weiß, dass ich nächste Woche schon wieder eine Woche Auszeit nehme. Jetzt wird das Geschrei groß sein im Chat. Aber ja, wir machen nächste Woche eine Woche Urlaub. Das ist seit langer Zeit geplant. Wir müssen nur noch ein bisschen umstrukturieren den Urlaub und umplanen. Denn eigentlich war es geplant, den Hund bei Schwiegereltern abzuliefern. Aber wir tendieren jetzt dazu, den Hund doch mitzunehmen. Aus bestimmten Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen werde. So, Talvaros, einen wunderschönen guten Morgen. Und nein, es gibt keinen Streit. Also, um das vielleicht mal vorwegzunehmen. So, ja, am kommenden Mittwoch kann ich schon mal ankündigen, gibt es wieder einen Community-Abend. Community-Abend bedeutet, wir spielen gemeinsam. Und wir spielen am Mittwoch gemeinsam Mario Kart 8. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass das neue Kartenpaket dann schon draußen ist. Also, zumindest die erst in vier Strecken. Aber leider ist das nicht so. Die kommen erst am 18., also am Freitag. Schauen wir uns halt die alten nochmal an, ne? Wer jedenfalls mitspielen möchte und dabei sein möchte, auf dem Discord einfinden. In der Wartezone. Und dann werde ich euch nach und nach dazu holen. Bitte beachtet, dass wir nur Leute reinnehmen, die hier schon ein bisschen länger bekannt sind. Also, fester Stamm der Community sind. Und keine neuen Leute da reinnehmen, weil ich da einfach nicht weiß, wie die ticken. Und nicht, dass die irgendwelchen Blödsinnen auf dem Discord sagen, was denn übertragen wird. Das muss ja nicht sein. King of Death, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße dich. Eliza Roth ist wieder da. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Ovi El Diego, grüße dich. Und Cabranium, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Cabranium, die Uhrzeit? Hast du Urlaub? Ist doch in letzter Zeit weniger gewesen, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß es nicht. Cyberboy, auch dir vielen Dank für deinen Host und Support. Ach ja. Sir Ginny ist wieder da. Grüße dich. Moinsen, mein Bester. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man lernt so auch zu wertschätzen, wenn man mal unspektakulär eine Woche ausfällt. Weil, was ich so an lieben Nachrichten bekommen habe, das ist mir dann doch sehr nahe gegangen. Und das motiviert einen dann auch richtig weiter, hier morgens die Morningshow weiterzumachen. Denn, äh, ich hab am, ich glaub am Freitag war das eine Nachricht, äh, also da hatte ich eine Story gepostet gehabt. Oder was war denn das jetzt? Ne, ich hab ein Foto gepostet gehabt, ja. Ich war beim Putzer, man sieht das vielleicht. Ich hatte ein Foto gepostet gehabt und da kam dann die Liebe-Aussage von, äh, Alexander Ridiculous Art. Super stylish. Also, Dankeschön erstmal für das Kompliment. Ich kann Montag kaum abwarten. Have a nice weekend. Und das, finde ich, ist eine wunderschöne Aussage. Da macht es mir dann gleich wieder richtig Spaß, sich auf Montag zu freuen und in die Morningshow zu starten. Also, deswegen an dieser Stelle auch mal Danke an die Community, dass ihr immer wieder hier seid und die Zeit mit mir verbringt. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Aber es wird irgendwie zu einer Selbstverständlichkeit. Und das sollte es eigentlich nicht werden. Und gerade solche Momente sorgen dafür, dass man mal aufwacht und sagt, hey, sei dankbar dafür, dass so viele morgens die Zeit mit dir verbringen wollen. Das ist nicht selbstverständlich. Also, Dankeschön an dieser Stelle an eine fantastische Community. So, dann schauen wir mal weiter. Linse live, einen wunderschönen guten Morgen. Habe heute Spätschicht in der letzten Zeit viel Frühschicht. Das schaffe ich es früh fast nie. Ja, habe ich doch gesagt. Also, irgendwie hatte ich das in Erinnerung. Caporano ist ja auch nicht schlimm. Also, wie gesagt, real life geht nochmal vor. Hase auf Arbeit, die einen wunderschönen guten Morgen. Da wollte ich gleich fragen, habt ihr denn die Chilis mittlerweile eingepflanzt? Es wird langsam knapp. Und ich habe die Befürchtung, meine gehen nicht auf, meine Purple Cluster dieses Jahr. Die Saat sieht sehr merkwürdig jetzt aus. Also, sie färbt sich ja sowieso schon sehr schnell lila. Aber, dass sich sogar das Saatkorn lila färbt, das ist neu. Also, das muss ich beobachten. Also, zwei sind bei mir schon gesprossen. Und wir beobachten das weiter. Neck Lander, einen wunderschönen guten Morgen. Baby live, grüße dich. Eri X, guten Morgen. Diego, auch dir vielen Dank für deinen Host und Support. Wenn ich Zeit habe, bin ich doch gerne hier. Nof, nof, so soll das auch sein. Also, wie gesagt, aber es ist ja trotzdem. Also, man gewöhnt sich an die Zahlen auf Twitch. Man gewöhnt sich dran, dass ihr hier seid. Und, dass es jedes Mal aber wieder 200, über 200 sind, das, ja, das wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Und das sollte es nicht werden. Also, wie gesagt, das ist mir gerade jetzt in dieser Woche bewusst geworden, dass es eben halt keine Selbstverständlichkeit ist, dass hier morgens 200 Menschen mit mir den Tag starten. Und dann kommen, wie gesagt, auch mal so liebe Nachrichten aus dem Nichts heraus. Also, das war noch eine Nachricht, die kam und die mir dann so richtig ans Herz geht. Und wo ich mich wirklich freue darauf, die nächste Morningshow zu machen. Das ist auch die Motz, wenn du merkst, dass die sich regelrecht darauf freuen, dass die Morningshow wieder losgeht. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl, ein tolles Gefühl. Kann ich also wirklich jeden empfehlen, das mal wahrzunehmen und auch zu reflektieren. Also, auch egal, ob ihr 200 oder 20 Zuschauer habt. Also, es ist, wie gesagt, nicht normal, dass 20 Menschen oder zwei Menschen nur ihren Tag mit euch verbringen oder in den Tag starten mit euch. Das ist nicht normal. Und deswegen, eigentlich wollte ich das Thema heute des Streams Danke einfach nur nennen. Aber habe dann gedacht, nee, ich möchte es dynamisch halten. Ich möchte nicht in einer Natur hier Danke sagen. Das tue ich sowieso. Aber, wie gesagt, dieses Mal auch wirklich voll bewusst und mit dem Wissen, dass ihr mich und ich auch euch ein bisschen liebt. Also, was heißt ein bisschen lieb? Ich habe euch lieb. Also, das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl gewesen. Also, das ist schwer zu beschreiben. Es geht wirklich so, ja, es ist Seelenbalsam. Ist wirklich toll. Sind in diesem Gewächshaus heute mal gucken? Ja, dann sag mal Bescheid. Am besten mal Foto auf dem Discord hin posten, was deine Babys machen. Ähm, Biko Bim, guten Morgen. Und Grüße gehen zurück nach Köln. Wernerkart grüße dich. Einen wunderbaren guten Morgen, ihr schönen Menschen, sagt der Germane. Auch dir einfach nur schönen guten Morgen. Fang schon mal ohne mich an. Bringe eben eins meiner Kids in die Aufzustation. Alles klar, haltet einen Platz warm für Germane. Der war schon da. Wir machen hier die Handtuchreservierung, wie man es halt kennt, ne? Apropos Handtuchreservierung. Ich bin momentan dabei, äh, zu schauen, wo es im Sommerurlaub hingehen soll. Und, äh, da muss man halt viel Bewertungen lesen. Und, äh, was man da so liest. Also, wir könnten den ganzen Stream mit verbringen. Also, wir könnten auf Bewertungen auf Urlaubsportalen reakten. Das wäre echt lustig. Äh, Eckart, einen wunderschönen guten Morgen. So, ähm, glückslich für unseren Onkel. Dankeschön. Äh, das Schöne beim Onkel Pipi ist ja, man bekommt beim Onkel nicht nur die Basisversion. Hier gibt es das komplette Lava-Gate. Ja, genau. Weiterhin läuft die Spendenaktion auf, wenn ich die Banner jetzt mittlerweile rausgenommen habe. Der Banner ist noch im Info-Panel drin. Und natürlich werden hier die Mods ab und an den Link zur Spendenaktion together posten. So, ähm, Aquino ist ein wunderschönen guten Morgen. Ich finde, man kann nie oft, äh, und nie oft genug Danke sagen. Es ist Wahnsinn, was ihr leistet. Danke. OVL Diego, ich finde, man kann es übertreiben. Es ist interessant. Also, deswegen hatte ich ja auch überlegt, das Thema Danke zu machen. Äh, ich finde, man kann es übertreiben. Wenn ich jedes Mal Danke, 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 dann nutzt sich das irgendwann ab und dann fühlt sich das nicht mehr echt an. Ich finde, so ein ab und an reingestreutes Danke, weil es einem offenbar bewusst wird, so wie es jetzt mir bewusst wurde, kommt viel mehr vom Herzen und wird auch viel mehr wahrgenommen, als wenn ich jedes Mal Danke, ich sag jedes Mal Danke, ich sag jedes Mal Danke, dass sie die Zeit mit mir, äh, verbracht haben. Ich sag Danke für die Follows. Ich sag Danke für den Support, für die Rates und so weiter. Das ist, äh, selbstverständlich. Aber ich finde, wie gesagt, es ist herzlicher, wenn es mal aus dem Nichts herauskommt. Also, wenn man einfach mal sagt, hey, mir ist da gerade was bewusst geworden. Man kann das ja auch kommunizieren. Das ist, ich meine, hallo, man muss das ja nicht verstecken. Also, man kann doch einfach mal sagen, hey, mir ist das aufgefallen und sorry, dass ich es so ein bisschen als Selbstverständlichkeit hingenommen habe und dass ich jetzt einfach mal Danke sagen möchte. Dass es mir einfach auf dem Herzen liegt, Danke zu sagen. Weil, ich weiß, ihr macht so viele Sachen und, und, äh, dafür bin ich auch dankbar. Aber alleine, wenn wir an das Spenden-Goal von der letzten Weihnachtsspendenaktion denken, 8600 Euro, das ist nicht selbstverständlich. Das ist Wahnsinn. Aber es geht so ein bisschen in den Hintergrund halt. Das war halt zu dem Zeitpunkt und das berührt einen dann zu dem Zeitpunkt und dann vergisst man es wieder. Und dann, ähm, ja, geht das so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann machst du dir auch mal alles bewusst und sagst dir, wow, was für eine Wahnsinns-Community, was für einen Spaß es hier macht, mit euch in den Tag zu starten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in den letzten Wochen war es bei mir so, dass so ein bisschen das Sättigungsgefühl eingesetzt hat. Also, dass ich so merkte, ja, also nicht, dass es keinen Spaß macht, mit euch in den Tag zu starten, aber dass ich so ein bisschen merkte, so streamen ist irgendwie, war gerade so ein bisschen die Luft draußen. Und deswegen brauchte ich auch die Auszeit, dass ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich hatte. Und ich finde, das ist auch wichtig, die sich dann einfach zu nehmen. Und natürlich ist man traurig, weil man weiß, okay, die Leute, ihr freut euch da drauf, mit mir an den Tag zu starten. Ich bin dann eben halt nicht da. Aber wie gesagt, manchmal brauchen wir noch Zeit für sich, um dann eben halt zu reflektieren, um sich einiges bewusst zu werden. Und das ist in diesem Fall der Fall gewesen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Zeit genommen habe. Der Grund für diese Auszeit war allerdings ein anderer. Und das würde ich so gegen acht kommunizieren, weil, wie gesagt, ich habe keine Lust, das heute drei, vier, fünf, drölf Mal zu wiederholen. So. Cabrani, du kleiner Troll. So. Donaro, guten Morgen. Ja, aber andere vergessen das komplett. Das ist auch wahr. Und nehmen es als selbstverständlich eben halt auch hin. Und das sollte auf gar keinen Fall sein. Also ich glaube, das ist auch, ja, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Also mir ist es nur bei kleineren Streamern mal aufgefallen, dass es eben halt so ein bisschen als Selbstverständlichkeit hingenommen wird und dass die teilweise die Community auch, ja, wie soll ich das sagen, behandeln. Als wenn, es fängt so an, ich habe mal bei einem Streamer mitbekommen, wie er seine Community genötigt hat oder einen aus seiner Community genötigt hat. Hier hast du Amazon Prime, ja, dann lass mal deinen Primes ab hier. Ja, was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Also was soll denn der Blödsinn? Und das ist zum Beispiel so etwas, wo ich eben halt, selbst wenn er das als Spaß gemeint hat, es kam nicht so rüber. Und das ist eben halt das, was ich meine. Also manche haben da irgendwie nicht so das Gefühl. Und auch ein paar Größere sind sich anscheinend nicht bewusst, dass sie ohne die Community eben halt nichts wären. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du eine gewisse Größe hast, wie, was weiß ich, Montana Black, dass du dann auch eben halt deine Ruhe mal haben willst und dass du eben halt nicht für jedes Fanfoto mehr bereitstehst und so. Aber trotzdem wären diese Menschen nicht, wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Und das sollte man sich mal überlegen. Habt ihr übrigens mitbekommen, was der verdient hat, was der an Steuern letztes Jahr bezahlt hat? Hat er ja geleakt. Er hat es ja selber gepostet bei Twitter und hat damit auch dementsprechend Kommentare eingefahren. Also können wir gerne heute mal drüber sprechen. Ich wusste, er verdient viel, aber nicht so viel. Also das hätte ich nicht erwartet gehabt. Also zumindest, vielleicht ist ja jemand hier, der sich mit Steuern besser auskennt. Aber es kam ein Kommentar, dass eben halt die Summe, die er an Steuern bezahlt hat, im Umkehrschluss bedeuten muss, dass er so und so viel verdient hat. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Dann nennt man es, man es pointiert. Pointiert, 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 ne? So, genau, dankeschön für den Hinweis, Dino, für den Community-Abend. Winnie's Cave, guten Morgen, grüße dich. Lantana, einen wunderschönen guten Morgen. Suse, grüße dich. Ganz wichtig, man muss sich auch zu Pausen zwingen können, haben wir in der Meisterschule gelernt und auch sich bei seinen Mitarbeitern zu bedanken. Ja, und auch die Mitarbeiter zu motivieren. Also ich finde, es ist nicht selbstverständlich, dass zum Beispiel meine Motz hier die Zeit mit mir eben halt verbringen. Da kann man ruhig auch mal hier oder da ein kleines Dankeschön eben halt raushauen. Also ich mache das Ganze ja nur nicht kommerziell, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem nicht selbstverständlich. Und das versuche ich eben halt auch mal zu kompensieren, indem ich eben halt mal ein Steam Key oder so verschenke. Oder eben halt, dass sie eine Onkel-Pipi-Tasse bekommen haben und solche Geschichten oder anderes Merch. Wenn ich neues bestelle, kriegen die das natürlich auch. Also das sind so Kleinigkeiten, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, also ich habe mit einem befreundeten Streamer mal drüber geredet, dass er sich mal überlegen sollte, wie viel Einsatz seine Moderatoren bringen. Und das, wenn wir mal die Streamzeiten nehmen, nehmen wir mal meine Streamzeiten, gucke ich mal kurz ins Dashboard. Da müsst ihr irgendwo hier, die Views sind da oben. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Wo haben wir das denn? Insights, Channel Analytics. Irgendwo war das zu sehen, wo man die gesamte Streamzeit irgendwie sehen kann. Das ist es auch nicht. Also auf alle Fälle habe ich über 1000 Streamstunden mittlerweile zusammen. Gucken wir mal, ob ich das jetzt finde. So, da haben wir 1000, aber wie viel habe ich denn jetzt? Das kann man leider nicht sehen, oder? Doch, da müsste man ja irgendwo streamen 1000 Stunden. Ja, ich bin jetzt bei 1460 Stunden ungefähr. Und jetzt rechnen wir mal, ich hätte jedem meiner Mods nur einen Euro für die Stunde gezahlt. Da wäre ich arm geworden. Na, deswegen, also ich finde, das ist nicht selbstverständlich, dass Mods ihre Zeit eben halt mit einem verbringen. Und deswegen sollte man da wirklich dankbar auch eben halt sein. Und das nicht als selbstverständlich hinnehmen. So. Wolfsbad, guten Morgen. Hass auf Arbeit. Jetzt habe ich nur Schatz gelesen gehabt und habe gedacht, meine Frau ist im Chat. Du kannst mich doch nicht so verwirren, das geht doch nicht. Inchen, guten Morgen. So. Alex Ridiculous Fox, guten Morgen, ich grüße dich. Ich glaube, dich habe ich heute Morgen erwähnt. Kannst du nachgucken? Ja. Ja, ja, Alex, dich habe ich heute Morgen erwähnt. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest. Ich habe dein Kompliment vom Freitag mitbekommen, als ich das Foto vom Friseur gepostet hatte. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ging mir ein bisschen ans Herz. Also, das fand ich sehr schön von dir, diese Aussage. Und hat mir so ein bisschen auch wieder bewusst gemacht, wie toll es ist, um mit euch eben halt in die Woche zu starten. Und dass es eben halt nicht selbstverständlich ist. Also, da hast du mir wirklich mit ein paar Worten das Wochenende sehr versüßt gehabt. Montana Black hat Steuern gezahlt und es öffentlich gemacht. So kann man seinen Gangster-Rufhaut zerstören. Und er ist richtig gut. Ja. Frank, das ist wirklich Wahnsinn. Also, zumal ich streame ja noch relativ wenig. Also, es gibt ja durchaus Streamer, die wesentlich mehr streamen, als ich eben halt. Doc the Giant, guten Morgen. H. Doc the Giant, grüße dich. Ich habe da wirklich lange für gebraucht, die Tausenderleine zu knacken. Selbst, ich glaube, EOS-Andy, der nach mir gestartet ist, ist an mir vorbeigerauscht, dass die Streamstunden eben halt angegangen ist. Aber wie gesagt, ich habe meinen Satz für mich gefunden, mit dem ich sehr glücklich bin. Also, ich mag meine Streamzeiten, auch wenn sie momentan eben halt verändert werden. Also, dass wir Mittwochabends eben halt da sind, anstatt Mittwochmorgens. Aber ich komme damit sehr gut klar. Und sicherlich wird es hier und da auch mal wieder einen Sonderstream geben. Aber montan bin ich eigentlich glücklich, so wie es ist. Also, man darf aber auch nicht vergessen, dass ich eben halt momentan nebenbei noch damit beschäftigt bin, mich um YouTube zu kümmern. Das ist auch sehr zeitintensiv. Und zeitintensiver als Twitch, finde ich. Weil in Twitch wächst man so ein bisschen rein. Währenddessen in YouTube ist es zumindest bei mir so, dass ich einen sehr hohen Qualitätsanspruch an mich selbst eben halt habe. So, das war nur ein Hinweis auf den YouTube-Kanal. Dankeschön. Ja, und auch wenn ich jetzt... Kennt einer von euch Aramis Merlin? Kennt den einer von euch? Ich hatte mal überlegt, den in die Morningshow zu holen. Das ist ein Schauspieler, der nach Amerika ausgewandert ist, L.A. Und von dort aus jetzt Videos macht. Und ich glaube, er hat auch in einem der letzten Videos gesagt, gehabt, dass das Thema Schauspiel so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Und er eigentlich jetzt mehr YouTuber ist. Und dementsprechend ist auch die Qualität seiner Streams unheimlich gewachsen. Nicht seiner Streams, sondern seiner Produktion eben halt. Und ich mag den wahnsinnig gerne gucken. A, er ist ein Hamburger Jung oder kommt aus der Nähe von Hamburg. Also, das ist schon mal automatisch weniger als andere. Und B, wie gesagt, auch das, was er so erzählt, finde ich sehr gut, was er da macht. Und da ist mir neulich aufgefallen, da wurde mir ein Video von ihm vorgeschlagen, auch mal, oder kam automatisch in die Auto-Fortsetzung. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber Fakt ist, das war zwei Jahre alt. Und da hat man dann den Qualitätsunterschied gesehen, dass er da eben halt noch mit einer Webcam gearbeitet hat, dass der Hintergrund bei ihm kein Streamstudio war, so wie es bei mir eben halt war. Jetzt hat er eben halt auch eins. Und also man merkt schon, dass er eben halt auch irgendwie reingewachsen ist in die YouTube-Geschichte. Bei mir ist es jetzt eben halt so, dass ich aufgrund von Twitch für mich persönlich einen gewissen Qualitätsanspruch habe. Und dementsprechend eigentlich die größten Fehlermache, den man, glaube ich, als YouTuber machen kann, ist, dass man es perfekt haben will. Und ich versuche, das so ein bisschen hinzubekommen. Ich habe sogar einen Sound jetzt gekauft fürs Intro und so. Die Mods kennen den schon. Ja, also wie gesagt, da bin ich gerade kräftig dabei. Und ja, habe so ein bisschen das wie beim Aufräumen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie keinen Bock auf Aufräumen habt und nicht wisst, wo ihr anfangen sollt? In der Küche, im Wohnzimmer, solche Erstaubsaugen oder Ersteenabwasch? So geht es mir momentan. So, der Sound macht süchtig auf mich. Dankeschön. Spirit, grüße dich. Ja, so, dann können wir so langsam, ne, noch ein bisschen, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bis 8 Uhr ist noch ein bisschen Zeit. Dann können wir auf die Thematik eingehen, warum ich letzte Woche ausgefallen bin. Wie gesagt, fand ich ganz so schön. Und wir müssen, wie gesagt, heute mal das Thema Big C kurz ansprechen. Da kommen wir nicht drumherum, weil, wie gesagt, das war so ein bisschen maßgeblich für den Ausfall. Und, ähm, ja, mal schauen. Ich glaube, wenn die Nase läuft, sind nicht so schön. Ach ja. So. Wenn ihr nichts schreibt, dann mache ich Urlaubspartale auf und dann, äh, suche ich lustige Bewertungen. So, also wie gesagt, was ich da, äh, gelesen hatte, es ist auch lustig, wenn, wenn ihr 10 Bewertungen irgendwie liest, dass das alles toll war, der Service war toll. Und dann kommt der eine, wo man sich dann fragt, ist er jetzt der, der die richtige Bewertung gemacht hat, oder ist das der Stinkstiefel? Also, äh, das ist echt lustig. Äh, Lady MacDath, guten Morgen. Tom Tree, grüße dich. Wie geht's dir? Was, kannst du wieder Nächte durchschlafen? Anders gefragt. So, Sound quasi Onkelpipi 2.0 oder Onkelpipi Enhanced. Ähm, nee, das ist nur so ein kleines Intro für meinen Arcade-Kanal eben halt. Äh, da fällt mir gerade ein, habe ich das, habe ich den nicht, ich habe den jetzt erstmal verlinkt, äh, nicht verlinkt, oder? Mods, ihr müsst mir mal helfen, was war der Link für, für, für Arcade? Ich hatte doch einen zweiten, äh, Kanal jetzt und da müsstest du eigentlich auch einen Link zu geben. Habe ich den nicht angelegt? Ist der Mann wieder nicht in der Lage gewesen, den zweiten, hm, ich sehe ihn zumindest momentan nicht. Äh, gerne mal raussuchen und, äh, zur Not posten das Ganze. So, schauen wir weiter. Also, wie gesagt, das ist nur ein Intro-Sound, der so ein bisschen spielerisch ist, äh, da ich keine Lizenz für Live-Streaming-Broadcasting habe, ähm, sondern nur für YouTube, kann ich ihn leider hier nicht, äh, zeigen. Äh, das müsst ihr euch dann anschauen, wenn es soweit ist, also könnt ihr euch drauf freuen. Ja, also wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, was jetzt das erste Video sein wird, ob es, ähm, Arcade Legends ist, da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Und dann Galaga, weil da hatten wir ja schon den Stream gehabt. Oder ob ich, äh, auf das Thema Coins Up zum Beispiel eingehe, ähm, also Emulations, äh, Geschichten, oder womit man emulieren kann, also was man nehmen kann zum Emulieren, äh, was man braucht, äh, um Retro-Games zu spielen. Ähm, ich weiß es noch nicht. So. Was soll ich schreiben? Bin gerade genervt und es wird wohl eher ins, äh, Gejammer ausfallen, da höre ich lieber zu. Suse, das finde ich sehr schön von dir, weil wir wollen ja, dass die Stimmung hier hoch bleibt. Äh, das ist auch heikel mit Bewertungen im Internet. Ja, also wie gesagt, das ist, ähm, also ich, ich muss dazu sagen, als wir im Ägypten-Urlaub waren, kamen die ständig bei uns an, würden sie bitte eine Bewertung machen? Und, äh, wäre total nett, wenn sie eine Bewertung machen wollen, dann haben sie dir nachher noch Cocktails und sonst was angeboten gehabt, dass du eine Fünf-Sterne-Bewertung eben halt abgibst. Und ja, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht ein paar dieser Bewertungen über den Klee gelobt sind, weil sie eben halt dazu mehr oder minder genötigt worden sind. Und, äh, aber andererseits, wie gesagt, du liest zehn positive Bewertungen, die auch wirklich detailliert sind. Also, ich bedanke mich für den Service bei Herrn Sowieso und, äh, ähm, das Essen war toll, das Zimmer war sauber, äh, solche Geschichten eben halt. Und, äh, dann liest du offenbar, nie wieder, ne, also nie wieder, das war schrecklich und man ist nicht auf unsere Wünsche eingegangen und sonst was. Und da stelle ich mir dann die Frage, also, ist das jetzt so das Normale? Also, sprich, sind die wirklich nicht so auf Servicebedacht eben halt? Oder ist das dieser typische nörgelnde, nörgelnde Deutsche? Ja, also gucken Sie mal hier, das ist nicht so schön, das wollen wir nicht haben, ne, also ich möchte ein neues Zimmer haben und so weiter und so fort. Man kennt sie ja, die typischen Deutschen mit dem Handtuch, ne, und auf der Liege. Das ist so der, der Gedanke, den ich dabei hab. So, und, äh, Devils Vater, du hast recht, wir haben jetzt nicht gerade genervt, ja. Hm. Hm, so, äh, mal, äh, so, mal, so. Immer unterschiedlich, aber für mich persönlich sehr anstrengend, immer dieser zwei bis drei Stunden Schlaf. Ich kenn das noch, TomTree, ist ein schlechter Vergleich, äh, von unserem Vapen. Da waren wir Gott sei Dank nur drei Monate in dieser Phase, aber ich, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Und, äh, ich, äh, hab einen sehr, sehr schönen Strampler gefunden gehabt, denn, äh, wie du vielleicht mitbekommen hast, oder auch nicht, ich bin ein weiteres Mal Onkel geworden und ich werde demnächst nochmal, oder ich werde demnächst zum ersten Mal, und jetzt fühl ich mich verdammt alt wieder, Großonkel. Und, ähm, den Strampler, den ich gesehen hatte, den wollten wir eigentlich meinem Schwager eben halt schicken. Und da stand drauf, meine Eltern sind jetzt auch nachts erreichbar. Ich fand den echt klasse. So, äh, muss gleich mal in den Lörk, muss telefonieren. Alles klar, Suse. Äh, Lulu Kanale, guten Morgen. Gute Bewertung für Cocktails, äh, da muss mindestens ein, äh, Diamantenbring rausspringen. Du willst gleich heiraten, Cabrani, und was ist denn mit dir los? Also, ich würde dir erstmal ein Upgrade, äh, Zimmer-Upgrade, äh, einfordern. Äh, ich wurde auch schon mal gefragt, Bewertung gegen 10 Euro Rabatt im, äh, Restaurant. Ja, das kommt auf, äh, die Preise im Restaurant an, ne? Also, wenn, äh, das Schnitzel, äh, 100 Euro schon kostet, ist, äh, relativ wenig. Ähm, Zocco Loco, guten Morgen, grüße dich. Äh, das Problem ist, äh, würde ich sagen, 90% der Leute, die zufrieden sind, geben gar gar nicht erst eine Bewertung ab. Und wenn du ein negatives Ereignis hast, dann, äh, wollen viele ihren, äh, Gefühlen Luft machen und, äh, posten negative Kommentare. Deswegen ist das Internet oft so toxisch, leider. Ist zumindest meine Theorie, Talvaros aber dagegen spricht, dass es eben halt sehr, sehr viele positive Bewertungen gibt. Und auch sehr viele, wir kommen hier wieder hin, äh, es war super. Also, wirklich nichts, was jetzt irgendwie, wo du das Gefühl hast, ja, da hat er mal die Belegschaft irgendwie bewerten lassen. Sondern es klingt plausibel, sagen wir es einfach so. Es klingt auch nicht so nach den thymischen Amazon-Bots und so. Also, schwer zu sagen, aber ich weiß, was du meinst. Natürlich fällt es uns leichter, also den haue ich jetzt eine Bewertung rein. So nach dem Motto, klar. Also wir machen gerne lieber unserer schlechten Laune Luft und machen eine Bewertung, als dass wir sagen, hey, alles super, hat alles geklappt, ne? Oder eBay-Like, alles bestens. Äh, so. Ähm, äh, Dankeschön, Hase. Dankeschön. Wobei, ich habe da gar nichts dran getan, also ich bin da gar nicht dran schuld, also. Jetzt ist er Onkel, Onkel, Pipi, genau. Onkel-Seption. Oh, Glückwunsch zum erneuten Onkel, beziehungsweise Großonkel sein werden, ja. Also wie gesagt, das mit dem Großonkel, ähm, Sissi war ja hier. Ich habe es ja geleakt, letzten Montag. Und, äh, ich habe ihr gesagt, also für mich ist das wie gestern, als du, ja, ins Kinderkarussell auf dem Hamburger Dom gegangen bist und ich am liebsten mitgefahren wäre und mir, äh, es vorkam, als wenn ich gestern selber da drinnen gesessen habe. Und jetzt werde ich demnächst ihr Kind dann sehen, wie es im Kinderkarussell fährt. Es ist verrückt. Und man fühlt sich einfach nicht so alt. Also zumindest mir geht es so. Ach ja, so, äh, schauen wir mal weiter. Ähm, ähm, titt, 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 titt. Äh, Dankeschön, Wolfsbad. Äh, Handtuch auf die Liege, du bist schon so oldschool. Heute legt man sein iPad mit Bildschirm schon und reserviert German Flag auf die Sonnenliege. Ja, das könnte durchaus der Fall sein. Ähm, ich, äh, werde berichten. Also ich finde, das ist ehrlich gesagt eine Unart. Ich finde das eine absolute Unart, dieses, äh, Handtuch auf die Liege schmeißen und dann erstmal schön frühstücken gehen. Wie seht ihr das? Ist das bei euch genauso, seht ihr das als Unart? Eins, äh, oder ihr sagt, nö, ist mir egal, zwei. So, äh, Holzdesign, guten Morgen. Hast du eigene Kinder? Nein, AnnoDesign, ich habe keine eigenen Kinder. Ich habe bewusst keine eigenen Kinder. Äh, wir wollten keine eigenen Kinder. Und ich bin auch froh, dass meine Frau auch keine Kinder wollte. Also von daher, ähm, nein. Ich glaube auch nicht, dass ich ein guter Vater wäre. Ich bin ein guter Onkel. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Aber ich kann eine gewisse Zeit mit Kindern sehr gut umgehen. Sagen wir es einfach so. Äh, Merlin, einen wunderschönen guten Morgen. In meinem Garten bin ich jeder Einzige mit einer Liege. Also zwei. Du, du kleiner Egoist. So, aber die Mehrheit ist dagegen. Aber wieso passiert das denn trotzdem? Warum sind so viele, die eben halt ihr Handtuch auf die Liege schmeißen? Wieso gibt es die? Also das kann nicht sein. Slayer Music, einfach nur schön guten Morgen. Einfach nicht ins Hotel gehen. Ähm, wie meinst du das jetzt? Einfach nicht ins Hotel gehen? Also in ein Hotel, wo das erlaubt ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das denn, ob sie in Ägypten immer wieder die Handtücher runtergeschmissen haben. Was ich übrigens absolut vernünftig finde. Ich habe meine Eltern mal davon abhalten müssen, das Handtuch auf die Liege zu legen. Winnie, finde ich sehr gut. Also wie gesagt, ich bin da auch kein Fan von. No. Und ich würde wahrscheinlich auch eiskalt ein Handtuch runterschmeißen. So von wegen, hat anscheinend der Wind runtergeschmissen. Ist mir egal. Ich liege jetzt hier. So, weil Menschen ihre Manieren verlieren, wenn sie nicht zu Hause sind. Das ist ein sehr guter Spruch, Cabranium. Nicht nur Spruch, sondern eine sehr gute Weisheit. Also da ist sicherlich was dran. So von wegen, nach mir die Sinnflut. Ich komme hier eh nie wieder her. Ich kann mich hier halt verhalten wie die Achsenwalde. Das kann durchaus sein. Zwei, mir egal. Ich gehe nicht in den Urlaub, wo es so voll ist, dass man eine Liege reservieren muss. Da ist auch was dran, Talvaros. Da sind wir momentan alleine schon wegen Big C eben halt nicht dran interessiert. Und da wir jetzt 8 Uhr haben, kann ich auch erzählen, was jetzt letzte Woche los war bei uns. Also folgendermaßen. Bei meiner Frau hat die Corona-Warn-App angeschlagen. Und zwar kräftig. Und das hieß, dass sie an drei Tagen Begegnung mit jemandem mit Corona-Ebenheit hatte. Zuletzt an dem davor liegenden Mittwoch. Das ist am Samstag, haben wir das glaube ich festgestellt gehabt. So. Und da ihr ja wisst, dass ich das Thema ein bisschen ernster nehme. Und eben halt nach Möglichkeit mich nicht infizieren möchte mit Corona. Statistisch gesehen wird es wahrscheinlich irgendwann passieren. Aber mir ist später einfach lieber als früher. Und also mussten wir uns was überlegen. Das heißt, meine Frau sollte eben halt in Quarantäne gehen. Und das ist hier räumlich ein bisschen schwieriger. Da ist unser Schlafzimmer. Da ist unser Gästebett. Das wäre ein bisschen schwierig eben halt geworden. Und da habe ich gesagt, nee, dann werde ich die Morningshow absagen. Und dann gehst du eben halt in Quarantäne, dass wir uns aus dem Weg gehen. Haben eben halt auch mit Maske hier gesessen. Haben getrennt geschlafen. Es ist Gott sei Dank nicht zum Ausbruch gekommen. Bin ich schon mal sehr glücklich drüber. Es hat sich dann im Nachhinein rausgestellt. Es war ein Kollege über ihr im Büro, der es hatte. Und bei ihr eben halt die App zum Auslösen gebracht hat. Aber es war eine gute Übung. Sagen wir es einfach mal so. Und wollte ich mal richtig lachen. Wollte ich mal richtig, richtig Schenkelklopfer. Aber ratet mal, was gestern unsere Warn-App angezeigt hat. Dass wir beide eine Begegnung hatten am letzten Montag, da wo wir alle, wir komplett in Quarantäne waren. Also wo wir überhaupt gar keine Begegnung hatten. Wir vermuten mal, dass durch Bluetooth entweder Nachbarn Besuch hatten und das eben halt durch die Wände gegangen ist. Oder vielleicht auch nur einmal einer am Haus spazieren gegangen ist. Und so stark sind momentan die Inzidenzen. Und also sprich, so stark ist das Virus aktuell verbreitet und verteilt. Und ja, wir sind jetzt nicht in Panik verfallen. Deswegen bin ich auch hier. Aber wie gesagt, das mit den drei Begegnungen, das hat uns dann doch schon ein bisschen zu denken eben halt gegeben. Und ja, deswegen ist letzte Woche die Morningshow ausgefallen. Ich bitte um euer Verständnis. Und ich wollte das natürlich nicht so kommunizieren, das Ganze. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich dann in der Morningshow. Und ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen das nachvollziehen. Und wir wollen heute nicht das Thema Corona-Ebenheit haben. Ich wollte nur kurz erklären, warum ich letzte Woche ausgefallen bin. Guten Morgen, wenn möglich, eine kleine Pension oder Zeltplatz gehen. Ist gemütlicher Dino. Ich bin nicht der Zelttyp mehr. Da spricht meine Altersblase schon gegen. Denn ich muss dreimal nachts zum Pinkeln aufstehen. Also das kriege ich nicht mehr hin mit Zeltplatz. Da hätte ich keine Lust zu. Deswegen bin ich auch nicht erpiecht, Camper oder so zu machen. Oder Camping zu machen. Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen von jemandem, der mit dem Schlafzug unterwegs ist. Und der ist von Chicago nach San Francisco gefahren. Amtrak. Und hat da so ein Schlafabteil eben halt gehabt. Und das hat keine eigene Toilette innen drin gehabt. Und das heißt, der musste jedes Mal auf den Gang, um dann eben halt zu pinkeln. Und mir ist nur so durch den Kopf gegangen. Scheiße. Dreimal die Nacht aufstehen, um da hinzulaufen. Und dann zu pinkeln. Und nee, das war irgendwie überhaupt nicht meins. Und dann habe ich mal einfach nur Spaß. Das habe ich geguckt, was das so kostet. Weil wir waren ja am Überlegen nach Amerika dieses Jahr. Und da habe ich die Flüge eben halt auch gecheckt. Von New York nach San Francisco. Da seid ihr so mit 200 Euro eine Richtung unterwegs. Was meint ihr, was dieser Zug, dieser Nachtzug, wo ihr euer eigenes Abteil mit zwei eben halt habt, in Corona-Zeiten wahrscheinlich alleine, mit einem Bett eben halt da drinne, kostet von Chicago nach San Francisco. Bitte mal ein paar Rate, Beiträge in den Chat reinposten. Ich bin mal gespannt, welchen Betrag ihr vermutet, wenn ein Flug 200 Euro kostet. Und ihr damit dann in ein paar Stunden eben halt in San Francisco seid. Sehr spannend. Ich sehe schon die ersten Beiträge. So, ich versuche im Chat erstmal hinterher zu kommen. Die Masken fallen ja bald. Ich bin gespannt, wie das durchseucht. Langsam ist das scheinbar allen Leuten egal. Ja, Teil war raus und das tut mir eben halt leid. Aber wir wollen das Thema nicht aufmachen. Aber ich bin da voll bei dir. Corona, genau das macht mich gerade fertig. Seit drei Tagen versuche ich jetzt an den PCR zu kommen und nach Positiv-Test in der Apotheke. Das tut mir sehr leid zu hören. Susi, wir haben ja auch festgestellt, einen PCR bekommst du auch nur, wenn du einen positiven Schnelltest gemacht hast. Dann habe ich jede Berichte in Erinnerung, dass diese Schnelltests nicht so doll sein sollen. Aber entschuldige, ich komme da schon wieder ins Thema. Also ihr habt alle mein vollstes Mitgefühl bei der Geschichte. So, deswegen gehe ich wandern. Es gibt immer wieder das nicht für mich. Mir geht es aber gut und ich bekomme einfach keinen Nachweis. Suse, dann drücke ich dir weiterhin die Daumen, dass es auch so bleibt. Hatte ich auch drei Monate Homeoffice. Erster Tag in der Firma, Kollege über mir und unter mir haben die App zum Melden gebracht. Ja, super. TomTree hatten auch schon rot. Nachbarn. Ja, super. Und meine Arbeit ist noch Probezeit. Noch weiter geht. Trotzdem arbeiten und einen Job verlieren. Ja. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Also absolut. Ich kann verstehen, dass deine Laune dementsprechend im Keller ist. Ich hoffe, ich kann sie trotzdem ein bisschen aufmuntern. Also wie gesagt, ich bin da auch nicht begeistert. Ich kann auch, wir können auch gerne noch weiter über unseren Urlaub nächste Woche erzählen. Dann haben wir nämlich gleich das nächste Problem. Auf wieder Big C. Safety First. Ich hatte eine am 5.3., okay. Zum Glück geht das mal gut. Und das bin ich wirklich am glücklichsten drüber, dass wir beides eben halt nicht bekommen haben. Wir sind geimpft und wir sind geboostert. Also wir sind keine Impfgegner und wir sind auch keine Schwurbler. Also das vielleicht an dieser Stelle. Aber das wissen die Leute, die hier reinschalten. Und die kennen mich, glaube ich, gut genug, dass sie wissen, dass ich da eher nur vorsichtig eingestellt bin. Meine App ist auch nur noch rot seit zwei bis drei Wochen. Echt nervig. Wow. Also ganz ehrlich, wenn das der Fall wäre, würde ich die deinstallieren. Dann habe ich echt die Schnauze voll. Ich glaube, man muss sie mittlerweile haben wegen dem scheiß Zertifikat. Aber ansonsten. Marlene Farbmaus, guten Morgen. Die Zeltplätze haben schöne Caravans mit Innentoilette. Aber du kannst doch nicht einfach beim Caravan nebenbei anklingeln. Ich muss mal pinkeln, lass mich mal. Finde Zelten auch. Ich fand es, als Kind fand ich es toll. Also ich habe mir auch damals als Kind zu irgendeinem Geburtstag ein Zelt gewünscht gehabt. Und das hat mir Spaß gemacht, aber mittlerweile im Alter nicht mehr. Alleine bis ich hochkomme. Diese zwei Meter Kampfgewichte müssen auch erstmal bewegt werden. Ich war letztes Jahr auf Ibiza mit ein paar Freunden. Da wurde Star Wars gedreht und ich könnte mir die Sets anschauen. Vielleicht ja doch ein bisschen Sightseeing. Aber ansonsten heißt es, Badeurlaub heißt für mich wirklich rumlümmeln am Strand und einfach mal Fünfe gerade sein lassen. Und vielleicht auch Internet frei. Das hat mir eigentlich in Ägypten sehr gut getan. Ja, Dankeschön, Hase. Treffen sich dann alle im Chemie-Mülleimer. So, dann kommen die Preise. Also Züge sehr teuer da. David's Fahrt, ich war sehr überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass es günstiger ist, wenn man fliegen würde. 400 Dollar, schon sportlich. Also wie gesagt, ich habe so 150 bis 300 Dollar gedacht, ja. Hase auf Arbeit, Treffer. Es waren, glaube ich, 2.000 Dollar oder 1.200? Ne, es waren 1.100. 1.100. Ich glaube, 1.200 waren es, glaube ich. Müsste ich nachgucken. Also Fakt ist, 1.200 Dollar für eine dreitägige Fahrt in der Bahn. Mit Essen dabei, gut. Und eine Dusche kannst du auch nutzen. Aber wie gesagt, kein eigenes Klo, sondern muss eben halt auf den Gang laufen und so weiter. Ja, also ich würde es nicht ausgeben. Wer von euch würde es denn ausgeben? Das ist die nächste Frage. Wer von euch hätte da Bock drauf, drei Tage mit dem Zug durch Amerika zu fahren? Also von der Aussicht, Wahnsinn, ja. Also der hat da Bilder gezeigt. Ich suche euch mal das Video raus. Hat übrigens 6 Millionen Hits gehabt, das Video. Habe ich auch gedacht, das gibt es nicht. So, Warmin, da ist er. Muss ich aufpassen, dass hier nicht der Song gleich anfängt. Sehr schön, macht er nicht. Und dann habt ihr hier das Video, was ich mir gestern angeschaut habe. War echt interessant. So. Also wer hätte da von euch Bock drauf? Einzelnen, stellt, wenn ihr auch mal mit dem Zug drei Tage durch Amerika gondeln würdet. Zu dem Preis wohlgemerkt, ne? So. 850 Lady MacDeath. Wie gesagt, also das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu günstig von Chicago nach San Francisco. Aber, wie gesagt, ich habe auch gedacht 300, 250 Euro wie Nopf, Nopf und Sicht sagen. Also, ja. Kann ich verstehen, war Fahrtfinder, liebe Wandern. Aber du hast sogar mehr als nur einen Pool zu sehen, der überfüllt ist. Wie gesagt, Wandern war ich nicht so der Typ für. Aber tatsächlich hatten wir auch überlegt, eben halt die Nationalparks in Amerika zu besuchen. Yosemite zum Beispiel oder Yosemite, wie ich lange Zeit gesagt habe. Ja. Yosemite Park. Also, wie gesagt, waren wir am Überlegen, uns anzuschauen. Ja. Duffel, guten Morgen. Ich stelle fest, hier gibt es zu viele Uhrzeitviecher, was? Aus solchen Gründen habe ich diese App nicht. Da braucht man nur irgendwo an einer Hauswarnung vorbeifahren, laufen und das Ding wird rot. Ja, ist das erste Mal bei mir passiert in der Glenda. Also, wie gesagt, wenn das jetzt sich verhäuft, dann, ganz ehrlich, dann bin ich auch am Überlegen, sie zu dergivieren. Es gibt ja andere Apps, wo man die Nachweise eben halt auch hinterlegen kann. Ich überlege gerade, ob die Preise für Dixi-Klos gestiegen sind. Keine Ahnung. Also, der heiße Scheiß ist ja momentan Speiseöl, soweit ich gehört habe. Und Sprit. Da habe ich ein lustiges Meme gesehen. Papa kriege ich, was war das, 70 Euro fürs Tanken? Sagt er, nein, du kriegst keine 85 Euro fürs Tanken. Und frag nicht nochmal, ich werde dir keine 100 Euro fürs Tanken geben. Es reicht jetzt, ich habe hier letztes Mal schon, und so wurde die Summe immer größer, nur während des Gesprächs. Das fand ich schon recht lustig. Fand es als Kind auch furchtbar. Eine befreundete Familie, alle gebustert, waren jetzt zwölf Tage in Quarantäne und haben sich jetzt drei Wochen später schon wieder angesteckt. Über die Kita, ja. Wenn ich denn höre, dass Leute denken, sie wären immun, weil sie es hatten. Nichts gelernt in zwei Jahren. Die Sets von Star Wars. Ja, Cabrani, ich war aber ein bisschen enttäuscht. Das Haus von Luke Skywalker, also dieser Eingang, ne? Genau, der ist schon drei oder vier Mal erneuert worden. Also das ist eigentlich gar nicht mehr das Original. Ja, das Grundgerüst ist praktisch noch original, aber alles andere ist eben halt nicht mehr original. Aber die Skywalker Ranch, also das unten in diesem Loch praktisch drin, das ist ein Hotel. Da kannst du sogar wohnen, wenn du möchtest. Und dann kannst du an dem Tisch praktisch deine blaue Milch trinken, wo Luke es getan hat. Tamji, guten Morgen. Ein Christenbewohner sagt, dass er Badeurlaub machen möchte, klingt für mich jetzt irgendwie komisch. Knopfen auf das Licht einfach daran, dass wir hier jederzeit an den Strand gehen können. Und das ist auch toll. Aber du glaubst gar nicht, wie sehr uns die Touris auch nerven am Strand. Also wir gehen auch im Sommer hier an den Strand und baden. Aber bei Weitem nicht so, wie man es eben halt sich vorstellen würde. Wir haben ja damals, als wir zusammengekommen sind, 50 Meter vom Strand entfernt gewohnt. Und da denkt man dann auch, ja, da ist man jeden Tag unten am Strand im Sommer und so weiter. Nee, war nicht der Fall. Ela, einen wunderschönen guten Morgen. Ela, da hast du mir aber auch ein Ding ins Ohr gesetzt gestern noch mit den Nordlichtern. Ich habe ihr eben schon erzählt, ich muss dreimal nachts aufstehen. Und ich habe jedes Mal geguckt, ob welche da sind. So, 1.200 Dollar, da bringst du keinen zum Zug fahren. Ja, also wie gesagt, das ist, ich meine, ich kann es ja verstehen. So ein Ding kostet ja auch. Aber, ja, wenn du eben halt siehst, du kommst mit 200 Dollar ein paar Stunden hin. Da musst du schon wirklich Eisenbahn-Fan sein, um so eine Tour zu machen. So, ich fahre gerne Bahn, aber das ist too much, ja. Hängt davon ab, wenn es gesponsert ist, dann ja. Also Wolfsbad bei 6 Millionen Hits auf YouTube, glaube ich, hat sich die Reise von selbst finanziert. Da kam dann mir auch sofort der Gedanke, hmm, eigentlich hätte ich ja Bock drauf, ne. Das geht nur leider nicht. Ich kann nicht meine Frau so einfach mal eben eine Woche alleine zu lassen, nur um in Amerika mit der Bahn zu fahren. Oder meinen Hund eben halt auch, wer soll mit dem denn rausgehen? Das geht einfach nicht. Wenn ich die Kohle hätte, ja. Also du wärst da schon für zu haben. Also wie gesagt, bei mir ist dann auch so der praktische Gedanken wie bei Wolfsbad, wenn es gesponsert wäre oder wie gesagt, wenn ich einen entsprechenden YouTube-Kanal hätte. Klar, warum nicht? So, im Caravan, die fest installiert sind, normalerweise Toiletten installiert. Nichts mit Chemie. Die finde ich klasse. Man kann gemütlich anreisen und hat auch gut Platz. Dino-Skiller, nur für mein Verständnis. Das heißt, man mietet sich dann einen Caravan vor Ort oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? So. Für 1200 weitergehen. 1200 ist ein Zugsimulator günstiger. Mit allen Add-ons weiß ich das nicht unbedingt, Ballritter. Fliegen, Auto, lange nichts, Bahn fahren und dann sollten die Menschen die öffentlichen Nutzen aufgrund des Klimas. Das kannst du nicht ausdenken. Nee, an du Design da ist wirklich was dran. Allerdings mit dem Auto, das vor 20 Jahren wäre ich dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, einmal die Route 66 lang mit dem Auto eben halt fahren. Da hätte ich auch Bock drauf gehabt, aber mittlerweile bin ich da auch nicht mehr der Fan so. Also Bahnfahren macht mir persönlich auch Spaß. Ist halt gemütlich. Man kann rumlaufen und so weiter. Aber es dauert halt, ne? Es dauert halt ewig. Diese Bahnfahrten sind nur was für Liebhaber. Deshalb können sie sie fast jeden Preis aufrufen. Ne, Glanderer? Also ich bin da ziemlich sicher, dass du damit recht hast. Die hatten auch so ein Panorama-Abteil. Könnt ihr euch alles im Video anschauen. Ich habe euch ja den Link gegeben. Und das war schon toll, was man da gesehen hat. Also wirklich, das ist schon ein Panorama, wenn ihr da auch mal in Colorado oder sonst was über die Prärie fährt. Das ist schon geil. Also mit dem Zugsonne-Tour auf jeden Fall, aber definitiv nicht für diesen Preis. Ja, ich, wie gesagt, da muss man schon echter Zug-Fan sein. Und wenn wir jetzt einfach mal runterrechnen, würde ich sagen, so bei 500 meinetwegen. Und das ist auch schon der doppelte Preis des Fluges, ja. Aber ich glaube, wir sind in einer zu schnellliebigen Welt, als dass man das wirklich so ohne weiteres mitmacht. Also mir ist auch durch den Kopf gegangen, der hat da drei Tage seines Lebens verbrannt. Ne, also denn auch das Bett, ihr müsstet euch das mal anschauen, wie schmal dieses Bett ist, in dem er gelegen hat. Der normale Ami fliegt diese Distanzen? Ja, absolut, absolut. Der normale Ami macht ja auch Umzüge auf diese Distanzen. Das ist ja auch gar kein Problem für den Ami. Drei Tage im Zug meine, nein danke, mir reicht eine Fahrt von zwei Stunden, dann habe ich schon genug. Ja, ist bei mir ähnlich. Also auch, wir hatten, glaube ich, eine vier Stunden Fahrt nach Prag mit meiner Frau. Und das, ja, es ist bequem, aber irgendjemand langweilt sich zu tun, dann bricht immer wieder das Internet ab und so weiter. Also, ich weiß nicht. Meine App ist noch nie rot geworden, habe sie deshalb runtergelöscht. Dann kann sie ja auch gar nicht mehr rot werden. Cabranium findet ihm Fehler. Ich habe noch drei Liter Sonnenblumenöl. Ihr dürft jetzt auf die Knie fallen und mich bewundern. Cabranium, als es anfing damals mit dem Toilettenpapier, hatte ich eine ganze, ja, ein ganzes Pack, 10er Pack Toilettenpapier. Und ich habe gesagt, am Ende der Pandemie gehört uns das Dorf. Ja. Sonnenblumenöl macht den Motor kaputt. Ich glaube, Rapsöl ist es, was man eben sollte für alte Diesel. Und neue Diesel würde ich da sowieso nichts reinkippen. Abgesehen davon, braver Deutscher, das ist Steuerhinterziehung. So. Das hatten wir auch gelesen. Boah, ich will meine blaue Milch trinken, wo Lukas getan hat. Das würde mir echt gefallen. Cabranium, ja. Und alleine da zu sitzen, dieses Gefühl zu haben, hier hat alles vor über 50 Jahren. Wie lange ist das jetzt? Nee, 50 sind es noch nicht. 54, ne? Nee, 44. 44 Jahre ist das, ja. Atomic Sonnenöl, einen wunderschönen guten Morgen. Codyman himself, grüße dich. Frau Gritzegrün ist wieder da, grüße dich, guten Morgen. Hast du Öl zu Hause? Wenn ja, ab zum Zug. Der ist gut, ich habe tatsächlich noch eine Flasche. Ich bin nicht so ein vermögender Typ wie Cabranium, ich habe nur eine Flasche Sonnenblumenöl. Aber tatsächlich haben wir noch eine unangebrochene Flasche Sonnenblumenöl, ja. Hani in Zellen, guten Morgen, grüße dich. Ja, man mietet den Caravan vor Ort. Meist hat man dann auch noch einen schönen Vorbau. Die noch reden, wie hielt man noch über das Campen? Was ist da los? Also Riesenbalkon mit Tischstühlen und Sonnenliegen, na geht doch. So, äh, Cooper, schönen guten Morgen, grüß dich. Was mich als Zug interessieren würde, ist der Zug in Indien, der mehrere Tage unterwegs ist. Das soll toll sein. Ich hoffe, du meinst nicht den, wo sie alle auf dem Dach sitzen. Äh, für so viel Geld höchstens mit dem Orange Blossom Special. Der fährt, äh, aber schon lange nicht mehr. Was war denn das? Äh, also gehört habe ich sicherlich schon mal, aber ich wüsste jetzt nicht, welche Strecke das ist. Den Traum hatte ich mir schon erfüllt. Flug von, äh, DE nach New York. Und dann mit dem Auto nach Kalifornien, war großartig auf einmal, äh, aber einmal USA reicht, äh, dann fürs Leben. Ach, ich kann da eigentlich immer wieder hin. Also, ich würde sogar wahnsinnig gerne da leben, hätte ich auch kein Problem mit. Also, so wie, äh, Aramis, ähm, könnte ich mir schon geil vorstellen. Also, vielleicht nicht unbedingt L.A., da finde ich dann San Diego schon, äh, besser, aber da gibt es schon einen deutschen YouTuber. Also, das fällt auch flach, wahrscheinlich Kamell oder sowas, keine Ahnung, Richtung, äh, San Francisco. Wobei San Francisco kannst du, glaube ich, auch den ganzen Tag berechnen. Ich sage ja, wenn ich, äh, noch in Hamburg leben würde, ich würde euch ständig mit, äh, nehmen. Also, das, äh, ich würde ständig von draußen streamen. Also, würde euch mein Hamburg praktisch zeigen. Ich habe schon überlegt, ob ich YouTube-Videos dazu mache. Also, dass ich euch mal mein Hamburg zeige, praktisch, also, oder Hamburg aus meiner Sicht zeige. Das einfach mal so ausdrücke. So, Kaffee wäre jetzt echt was Feines. Hardy, hör auf mich zu ärgern, ich darf erst ab 10. So, tsch, 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 mich interessiert eher die Landschaft genießen, okay. Jerome's Red, guten Morgen. Mich würde in den USA der Grand Canyon Burning Man und Yellowstone Park interessieren. Ähm, die sind aber weit auseinander. Da musst du einiges reisen. Also, Burning Man und Grand Canyon geht, glaube ich, noch. Aber Yellowstone, da musst du ein bisschen für reisen. Grand Canyon habe ich tatsächlich nicht einmal gesehen. Und ich war häufiger in Las Vegas. Aber den Hoover Dam habe ich mir angeschaut. Äh, der Orange Blossom Special war ein Luxuszug, der von 1925 bis 1953 von New York nach Miami fuhr. Das klingt auch sehr interessant. Muss man ja kurz, äh, mir anschauen. Also, der Name klingt ja schon irgendwie total geil, finde ich. Der macht ja schon Lust auf mehr. So. Na, gibt's Bilder? Es gibt ein Festival, da kannst du mitmachen. Äh, ja, ich sag ja, der Name macht alleine schon Lust auf mehr. Schauen wir mal. Gibt's bei Wikipedia. Also für die, die sich den auch mal anschauen wollen. Sehr schön. Schöne Postkarte. So. Ja, Miami wäre vielleicht auch noch was, ne? So, also wenn ich alleine die Orangen sehe, da leben, wo, wo Orangen, Datteln oder Kakao. Also ich habe ja auch mit euch mal drüber gesprochen, die Reimers, äh, hier, die, die Reimanns, die auf Hawaii jetzt leben. Das könnte ich mir auch vorstellen. Hawaii wäre auch geil. Denn auch mit der Zeitumstellung, ähm, praktisch könnte ich da abends eine Morningshow machen. Wäre doch irgendwie geil. Die Armut in Amerika ist einfach zu krass geworden. Die Lebenserhaltungskosten sind insane. Äh, da ist viel schief gelaufen in den letzten zehn Jahren. Anno auch dazu macht Aramis, äh, wirklich, äh, häufig Beiträge auch. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Ähm, da haben wir ihn. Ähm, so. Also wer den noch nicht kennt, gerne mal bei Aramis, äh, vorbeischauen. Ähm, ganz, ganz, äh, toller Streamer. Also ich persönlich mag seine Beiträge sehr gerne. Und ich hatte noch einen gesehen gehabt, äh, das ist ein deutscher Ausland. Das ist so lustig, wenn man sich ein Video auf, äh, auf YouTube anschaut. Man erstmal davon ausgeht, dass es eigentlich ein Amerikaner und dann die ganze Zeit denkt, der hat auch einen deutschen Akzent. Das ist doch ein Deutscher. Und du es dann nach und nach rauskriegst, ja, er ist Deutscher. So, ich habe ein Fahrrad, äh, also kein Problem. Sehr schön. Äh, ich bin, äh, fredfeuer, stand und rase mit meinem Fußtreter durch den Yellowstone. Hm, interessant. Äh, moin, sind wir schon beim Thema Essen? Noch nicht. Es ist nur noch eine Frage von Sekunden. Äh, ich würde gerne mal, äh, jo, also ich schätze mal, du meinst, äh, Yosemite. Äh, und dann ein, äh, schön ein paar Tage klettern. Ach, also klettern ist überhaupt nicht meins. Also, aber ich habe das Panorama gesehen. Also, es gibt ja jede Menge, es gibt ja für alles mittlerweile Videos bei YouTube. Und, äh, ich habe gesehen, wie es im Yosemite aussieht. Also, das würde ich auch schon gerne mal sehen. Aber da reichen mir zwei Tage. Und dann darf es weitergehen. Ich sage ja, das ist so wie bei mir mit Bergeurlaub. Ne, also Skiurlaub bin ich jetzt erst durch Syndicate oder so ein bisschen, äh, drauf gekommen. Die hatte aus ihrem, äh, Skiurlaub gestreamt gehabt. Und da kam so das erste Mal das Gefühl auf, oh, das möchte ich eigentlich auch mal sehen. So Berge. Diese Höhenunterschied, ich glaube, meine Frau wird sterben, weil die hat Höhenangst. Aber, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Zerrat, guten Morgen, grüße dich. Rocksteady. Moin. Die Amerikaner sind doch eigentlich alles Europäer. Das stimmt. Ähm, bis auf ein paar wenige Natives, aber die sind auch ja nicht mehr 100% Native. Es gibt ja keinen, äh, äh, Einwohner Amerikas mehr. Also keinen 100%igen mehr. Das ist alles Misch. Die Hutterer sind ein Glaubensgemeinde, in der Deutsch gesprochen wird. Ja, es gibt ja auch die Amisch. Die Amisch sprechen ja auch Deutsch in, in, äh, Amerika und haben da ihre kleinen Gemeinden. Riesenmeister. Es gibt übrigens eine Gemeinde auch in Texas, fällt mir gerade ein. Habe ich gerade erst, äh, vor ein paar Wochen, äh, bei YouTube auch. YouTube, ja, ich konsumiere viel YouTube. Ähm, ein Video zu gesehen, dass da eine kleine Gemeinde ist, wo die wirklich ein uriges Deutsch noch sprechen. Also wirklich altes Deutsch. Äh, Riesenmetzgemeister Currywurst mit Pommes Schranke. Merlin, du sollst ihn nicht auch noch triggern. Also jetzt kriege ich Hunger. Äh, und dann im berühmten Camp 4 über Nacht. Na, heißt das, glaube ich. Keine Ahnung, das sagt mir nichts. So, ist schon wieder der Chat zu Ende. Ich, ich schwöre euch, ich hole gleich Bewertung von Urlaubsbroteien. Da kenne ich überhaupt nichts. Äh, und dann machen wir uns darüber lustig. So, dann wird hier halt reacted auf, äh, Urlaubskommentare. Ja, das habt ihr dann erfahren. So, mal gucken, was haben wir denn an schönen Urlauben noch hier. Sieben Nächte im Fünf-Sterne-Steigenberger-Hotel mit All-In-Inclusive-Plus. Flüge und Gepäck und Transfer ab 638 Euro. Wobei ich das Gefühl habe, insgesamt ist Urlaub eigentlich teurer geworden. Also das sind jetzt so Last-Minute-Schnäppchen, die ich mir auf, äh, Urlaubspiraten.de, äh, äh, aktuell immer anschaue. Da haben wir schon mal was Tolles gefunden. Da hatten wir unseren Ägypten-Urlaub gefunden. Und deswegen schaue ich gerne bei denen, äh, vorbei. Mauritius für unter 1.000 pro Person, sieben Tage. Aber wer fliegt sieben Tage nach, also für sieben Tage nach Mauritius? Also bei Malle kann ich das ja noch verstehen. Da bist du irgendwie zwei oder drei Stunden mit dem Flieger unterwegs. Aber Mauritius, wie lange ist noch Mauritius unterwegs mit dem Flugzeug? Da brauchst du alleine zwei Tage, um, um dich zu akklimatisieren. Geht ja gar nicht. So, Island with Friends. Ja, wir haben ja jetzt so hell. Äh, Tossens Center Park finde ich, äh, auch sehr nice. Äh, Center Park machen wir ja, äh, viel und häufig Urlaub. Äh, also was heißt viel und häufig? Also es war so ein, so ein Ding bei uns, dass wir oft in Bisping halt eine Woche vor Weihnachten gemacht haben, das war immer die halbe Strecke zu Schwiegereltern und da haben wir dann eben halt eine Woche, äh, eben halt Urlaub gemacht. Aber, wie gesagt, ist jetzt auch weniger geworden wegen Big C, ne? Aber Tossens, wo ist denn Tossens? Äh, überlege gerade. Wir hatten ja überplegt, äh, nächste Woche eben halt auch Center Park, äh, Sand Fort. Aber, ähm, wie gesagt, bei uns hat sich was geändert, deswegen muss ich da eine Umbuchung vornehmen. Tossens Budianigen, äh, da war ich. Da war ich schon. Deswegen kam es mir auch bekannt vor. Da waren wir schon mal. Da habe ich ein tolles Foto von, äh, Schwie, wie sie im Watt, äh, gelaufen ist und wir einen schwarzen Hund zurückbekommen haben. Wir waren so froh, dass die Dusche gleich direkt neben dem Eingang war, sodass wir sie gleich erst mal abduschen konnten, als wir nach Hause gekommen sind. Aber Tossens kenne ich. Ist die Pizzeria noch da? Die war vor dem Laden, äh, vor dem Park. Aber so eine Pizzeria, da hatten wir auch mal gegessen. Wird Zeit für ein Holodeck dann per Flugsimulator dahin, wo man will und dann im Holodeck entspannen? Ach, Ballritter, ich glaube, das ist nicht so doll. Also Holodecks werden sowieso meiner Meinung nach nie die Qualität von Star Trek eben halt erreichen. Ist für mich sehr schwer vorstellbar, sagen wir es einfach mal so. Gerüche darzustellen, Temperaturunterschiede gehen ja noch einigermaßen. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mal jemals ein Holodeck geben wird, wie es eben halt in Star Trek, äh, zu sehen war. Äh, Grüße, Gemüse, Legend of Lily, einfach nur schönen guten Morgen. Moin, moin, Tossens kenne ich, wohne ich 26 Kilometer von dort. Nord, Süd, Ost, in welche Richtung? Also eigentlich eine sehr schöne Ecke da, ne? Ich fand am schönsten eigentlich da an der Nordseeküste, äh, Westerheve. Der kennt ja alle den, äh, Leuchtturm, ähm, der aussieht wie ein Penis. Also wegen der beiden Häuser daneben. Also, sag mir hier dann, äh, jemand bitte, dass er das da nicht gesehen hat. Ich kann Sakintos, äh, empfehlen, eines Urlaubsort günstig und Hammerstrände. Das klingt, äh, für mich jetzt erstmal nach Griechenland. Griechenland ist bei uns auch ganz hoch, äh, hoch im Kurs dieses Jahr. Griechenland, äh, ja, Insel in Griechenland. Mhm. Dankeschön für den Tipp auf alle, für den halte ich mal Ausschau nach. Also wie gesagt, momentan liegt bei uns hoch im Kurs Tunesien und, äh, Griechenland. So, ich sag mal so, dass, äh, wenn die, äh, Naniten erst einmal ausreichen, gute Programmierer bei Anzahl vorhanden sind, klappt es mit dem Holodeck. Dass das auf Naniten-Basis laufen wird, äh, Eckart, das war mir von Anfang an klar, ne? Also das hat ja auch was mit der Auflösung zu tun. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das so gut funktionieren kann. Also das würde mich sehr wundern. Ich meine, gut, ich glaube, vor 20 Jahren hätte auch niemand geglaubt, dass wir mal sowas wie, äh, Flugshows mit Drohnen haben werden, die aussehen wie Feuerwerk, ne? Also das, äh, wer weiß, was noch kommt. Und, äh, aber auch ich hab gesagt, also wenn Holodeck, dann sind das Naniten. Anders geht's halt nicht, ne? Äh, das haben die Leute in den 70ern auch, äh, vom Communicator und Recorder behauptet. Ja, und mittlerweile sind unsere Geräte fast leistungsfähiger, ne? Gut, wir können nicht, äh, einen Gesundheit-Check machen, aber ich glaub, da gibt's auch mittlerweile Geräte für, oder? Aber tatsächlich ist das so, also, ja, vielleicht kriegen wir doch noch mal irgendwann ein Holodeck, aber wie gesagt, in Star Trek wird's ja auch so dargestellt, äh, ja, also, dass das eben halt nicht Naniten sind, sondern eben halt Materie, die erzeugt wird vom Computer oder so, keine Ahnung, wie es dargestellt hat. Aber ich, da fällt mir ein, äh, also ich, äh, mir die, die Videos da von, von Tunesien angeschaut habe und man sieht so die, die Kulissen eben halt von Star Wars und man sieht auch mal, das ist alles Sperrholz, ne? Ist das bei euch auch so, dass ihr gewisse Vorstellungen von Materialien habt, zum Beispiel in Star Wars, äh, zum Beispiel die Türen, dass die aus Metall sind? Ich meine, die Geräusche alleine, die diese Türen machen, würde ich sagen, die sind aus Metall und dann ist das auch mal Presspappe oder eben halt die Stormtrooper, das ist eine billige ABS-Plastikrüste eben halt, aber für mich sah das immer aus, als wenn das, ja, wie Metall oder Keramik oder was weiß ich, also, oder ein fancy außerirdisches Material ist, was einfach geil aussieht. Vor 30 Jahren 20 Megabyte Festplatte bekommen, äh, ich nie voll heute 20 Terabyte, sie sind schon wieder voll. Ich glaube, Eckart, das hat aber auch was mit der verschwenderischen Art der Programmierung heutzutage zu tun. Ich glaube, vor, vor 20 oder 30 Jahren, ich meine, ich bin kein Programmierer, du weißt das wahrscheinlich besser als ich, aber ich glaube, da wurde noch cleaner programmiert. Heute nimmst du dir die Bibliothek, die Bibliothek und so weiter und so wird das Ding immer aufgeblähter und aufgeblähter. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, eben halt das mit den Fotos zum Beispiel. Früher hat dir eine 80 Gigabyte Festplatte ausgereicht für deine Fotos. Heute, ja, bist du froh, wenn es auf die Speicherpart, äh, wenn, wenn die Speicherkarte 128 hat, na, damit du einigermaßen zurechtkommst. Also, es ist schon verrückt, wie sich die Speichergrößen immer verändert haben. Es ist genauso mit Disketten, na, also was war damals auch eine Diskette gepasst und was haben wir damit anstellen können? Oder eben halt, äh, wo wir beim Thema Arcade ja sind aktuell. Denken wir doch einfach an Arcades, was das für riesen Platinen waren. Und wie gesagt, heute kann jede Smartwatch praktisch dein, dein Gallagher von damals darstellen. Das ist verrückt. Wir hatten ja im Arcade-Stream, äh, jemanden vom, äh, von den Retro-Nerds in Münsterland und der hat eben halt erzählt, dass, äh, die Gallagher-Platinen zweimal DIN A3 waren. Also zweimal DIN A3 Größe an Platinen eben halt. Und, ja, wie gesagt, heute passt es auf einen Chip, der kleiner ist als ein Fingernagel, ne? 16 Megabit-Kamera, ja, ich sag's dir. Da fallen schon mal ein paar Megabyte an Speicher pro Bild an, ja. Damals mussten die Ressourcen eines Systems und die Exploits akribisch genutzt werden. Da war das, äh, Limit der Systemperformance und nicht die Speichergröße. Ja, absolut. Und daran liegt es wahrscheinlich auch eben halt, dass wir sind inflationär geworden, was die Speichernutzung einfach angeht. Heute lösche ich regelmäßig alle Fotos, weil ich sie mir eh nie alle anschaue. Gabranium, äh, da bin ich noch altbacken. Ich mache ein Backup von meinen Fotos eben halt. Also die sind auch, äh, gerade jetzt auf dem, äh, PC gelandet jetzt in der letzten Woche. 40 Gigabyte. Fotos, Videos, äh, alles gelöscht vom Handy jetzt eben halt. Und dann auch so der Gedanke, lösche sie wirklich, weil man könnte ja vielleicht das eine oder andere Foto nochmal unterwegs, oder auch nicht draufgeschissen. Egal. Das ist mir egal. Also wie gesagt, weg damit. Ich liebe es akkurat und systemgenau zu programmieren. Äh, sehr schön. Das freut mich. Also wie gesagt, ich habe es nur irgendwann mal mitbekommen, dass heutzutage sich eben halt bei irgendwelchen Bibliotheken, äh, bedient wird. Da wird nichts mehr selbstständig, äh, programmiert. Ist natürlich auch ein Zeitfaktor, ne? Ja, wenn man alles eben halt selbst programmieren muss. Früher ein Megapixel, äh, Foto und heute keine Ahnung, wo die jetzt als, äh, höchstes sind. Ich weiß nicht mal, wann es damals schon, ich glaube, ich hatte eine 2,1 Megapixel X-Tus-Kamera. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, waren das, glaube ich, 2,1 Megapixel. Ja, und ich habe keine Ahnung, was meine hier jetzt aktuell drinne hat. Und, äh, die wird wahrscheinlich schon besser sein als meine Spiegelreflex, meine EOS 500D, die ich noch habe. So, die Frage ist, äh, wann ist gut und technisch ausgereift gut, äh, genug für die, äh, Welt? Boris, die Klingel, interessant. Zwei mal DIN A3 und, äh, OVL Diego, das sind zwei Platinen gewesen. Deswegen hat er es so dargestellt. Aber danke für den Hinweis. Natürlich ist es DIN A2. Aber, äh, er hat eben halt zwei Platinen, die in dem, äh, Arcade-Gehäuse eingebaut sind. Jeweils A3. Äh, auch heute sind, äh, offenmals, äh, die Ressourcen, äh, Hardware limitieren. Zum Beispiel Star Citizen für 2020. Äh, bitte mach nicht das Star Citizen, fass auf. Mach das nicht. So. Das ist ja nur teilweise richtig. Die heutigen Applikationen müssen, äh, auch immer mehr können. Äh, bei Spielen sind zum Beispiel die Ansprüche der Spieler, was die visuelle Darstellung angeht, arg gestiegen, ähm, ja und nein, Tinkerfu. Also, wie gesagt, es gibt ja durchaus noch Spiele, die, äh, Pixel-Art mäßig sind und trotzdem, äh, fantastisch sind. Also, ich hab gerade jetzt, äh, Infernex gesehen. Das hat, äh, Onkel Jo gespielt und, äh, das ist rein Pixel-basiert. Ich hab erst gedacht, der spielt ein altes Spiel. Aber tatsächlich ist das ein neu aufgelegtes Spiel. Eben halt im Stil der alten SNES-Dinger, glaube ich, ne? Deine Alpha hat, äh, 24, äh, Megapixel. Meine Alpha, meine Alpha. Achso, hier, die. Ja. Meine Herren Linse, danke, danke für den Hinweis. Ähm, wusste ich auch jetzt gar nicht, äh, welche Auflösung die hat. Ich glaube, der Trend ist auch einfach, alles in irgendeine Cloud zu laden, ein Zeichen, dass ich alt werde. Blu-Rays, DVD, Musikfotos, alles nur noch online. Ich bin da einer, der das Zeug sammelt und bald, äh, wie Schallplatten nur noch, äh, Nischen-User. Talvarus, äh, tatsächlich ist aber auch so, nehmen wir mal an, also ich hab von meiner Oma auch ein paar Alben geerbt. Ich glaube, da hab ich ein einziges Mal rangeguckt, seitdem stauben die in irgendeinem Karton ein. Also, weil ich einfach teilweise auch gar nicht weiß, wer da drauf zu sehen ist. Na, also, sie werde ich vielleicht noch erkennen, ne? Aber, wenn sie da mit einer Freundin, ihrer Mutter oder sonst was fotografiert ist, keine Ahnung, wer das ist. Na, das ist ja das, was ich meinte mit, wir werden alle in Vergessenheit geraten, spätestens in zwei Generationen, weil es keine Sau mehr, wer wir sind. Und, es sei denn, wir haben etwas Schreckliches getan. Also, Herr Putin, Sie werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Äh, so, äh, ditt, 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 am nächsten Woche wieder Großraumbüro, trotz der Zahlen und ich arbeite in einer Behörde, hab richtig keinen Bock drauf und, äh, doch noch Corona zu kriegen. Ja, Rocksteady, ich versteh's total, ich versteh's total. Und, äh, wie gesagt, ich werde auch weiterhin Maske tragen, ne? Ist mir scheißegal, ob die Maskenpflicht fällt, ich werde weiterhin Maske tragen. Ich, äh, hab's schon angekündigt, selbst wenn die Pandemie vorbei ist, werde ich Maske zumindest beim Arzt tragen, aber ich werde beim Einkaufen weiter Maske tragen und so weiter. Mein PC ist zwölf Jahre alt und funktioniert noch. Herzlichen Glückwunsch! Äh, die CPU ist meist nicht mehr das Thema, da die grafisch lastigsten Sachen immer auch voll auf den Rücken der GPU und deren, äh, Speicheranbindung liegen. Interessant. Ja, und da haben wir wieder das Problem, dass wir keine GPUs bekommen, ne? Gestern gab's ein sehr geiles Angebot bei MyDiets für 1200, ein i7-11er, äh, Geschichte mit einer 30-70. Für 1200 fand ich das echt, äh, ja, akzeptabel, sagen wir es mal so, das Angebot. Äh, ich bin halt nachhaltig, sehr schön. Äh, ich bin, äh, kurz aus der Ohnmacht erwacht, äh, kommt nicht wieder vor. Was? Äh, ich hab keine Probleme mit, äh, Star Citizen, äh, bei mir lübt das. Eckart, äh, mir geht's darum, dass es für mich Scam ist. Es ist, ich hab's auch mir geholt und es ist wirklich wunderschön, das, was sie bislang gemacht haben, aber es ist Scam. Sagen wir mal ehrlich, das ist Scam. Also wenn sie mehr Fokus auf die Programmierung von Raumschiffen legen, damit sie die teuer verkaufen können, damit sie Millionenprojekte da weiterfinanzieren, äh, nee, tut mir leid. Also für mich ist Star Citizen Scam. So, das ist nicht für mich. Lass doch einfach eine große Statue von dir im Dorf aufstellen. Äh, dann kennt dich noch, äh, jeder in zehn Generationen. Das ist die Frage, wie lange diese Statue eben halt stehen bleibt. Und dann kommt noch hinzu, Cabranium, ähm, geh mal an Denkmälern vorbei, in einer Stadt, die du nicht kennst. Wer ist das? Und selbst wenn du es weißt, who the fuck is Onkel Pipi? Also, wie gesagt, also das, äh, du bist vergessen. Egal, ob da eine Statue ist von dir oder nicht. Einen guten Morgen, Lilos Klee, grüße dich. Bahre, dabei gerade Grafikkarten wird es wohl bald normal, die Generationen zu nutzen, die zwei Jahre alt sind, damit der Preis passt. Ja, ist, ist wirklich so. Sie haben aber jetzt vor, irgendwie die letzte und die neue Serie gleichzeitig, äh, immer anzubieten. Anzubieten, also zumindest habe ich das irgendwie gelesen von Nvidia. Mappet Lounge, grüße dich. Opa Schlumpf, auch dir, einmal einen schönen guten Morgen. Ja, mittlerweile wieder einigermaßen. So, Statue aus dem 3D-Drucker. Das werden ja mittlerweile schon Häuser gedruckt, also warum nicht? Das soll ja möglich sein. Ähm, ja, Statue ist ein schwieriges Thema, absolut. Also, wie gesagt, ich kann es ja verstehen, dass es gewisse Fans gibt, die das verteidigen, weil sie eben halt tausende von Euro investiert haben. Und natürlich möchten sie sich nicht eingestehen, dass das vielleicht weg ist eben halt. Aber, und ich kann auch, ich verurteile auch niemanden, der den Traum hatte, das mal eines Tages zu spielen. Ich gehöre ja selber dazu. Ne, aber ich habe mir sogar extra das Squadron 42-Paket geholt, wo ich, glaube ich, seit mindestens einem Jahr schon die Alpha spielen können müsste eigentlich doch, ne? Was dann alles immer wieder nach hinten verschoben wird. Es ist Scam. So leid es mir tut, aber Star Citizen ist Scam. Äh, ist gerade Scam. Äh, aber wenn die mal feiner gehen, dann werden die Leute das Spiel erinnern. Das ist immer das Gleiche. Ähm, nee, Cabranium, es wird nicht rauskommen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, die werden irgendwann sagen, tut mir leid, Geld, alle, tschüss. Ich habe hier eine schöne, äh, spielbare Tech-Demo gehabt und das war's. So leid es mir tut, also da muss man einfach mal wirklich plausibel, äh, sein, dass, äh, glaube ich nicht, dass jemals irgendwas, äh, brauchbares rauskommt von Star Citizen. Wie gesagt, das ist, das fängt schon mit, fängt schon mit Squadron 42 an. Dass das bis heute nicht ansatzweise mal spielbar ist. Max & Gaming, auch dir einfach nur schönen guten Morgen. Slash, grüße dich. Ja, also, wie gesagt, das ist meine Einstellung zum Thema Star Citizen. Und ja, ich hätte mich auch gefreut und ich habe gestern beim Dino Skillo zum Beispiel reingeschaut. Der hat das gespielt, ja, und es ist nach wie vor ein wunderschönes Spiel. Ja, also, ich, ich hätte mir selber gewünscht, dass da was kommt. Und ja, es wird dann immer wieder verteidigt, ja, aber was jetzt schon alles möglich ist, ja, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was eigentlich hätte längst sein müssen. Und deswegen, anstatt sie einfach mal den Fokus auf einen Part eben halt packen, zum Beispiel nur, um erstmal Squadron 42 rauszuhauen und dann haben sie danach die Ressourcen eben halt für, äh, für den Multiplayer komplett. Passiert. Passiert nicht. Also, vielleicht wird das so der letzte Schritt sein, dass sie sagen, okay, jetzt bringen wir 42 raus, damit holen wir nochmal richtig Kohle ran. Und danach bringen sie dann irgendwann den Multiplayer raus und das war's. Also, vielleicht wird das so das letzte Aufbäumen vom Spiel sein. Äh, alles gut, Eckart. Wie gesagt, das ist auch ein Streitthema. Also, da, wie gesagt, es gibt die Fans, äh, und da gehörst du offensichtlich zu, die das verteidigen werden bis aufs Blut. Und es gibt mich eben halt, ähm, der einfach da ein bisschen differenzierter drauf schaut, sagen wir es einfach so. Der nicht so mit dem Herzblut dabei ist. So. Wir sollten, äh, uns für eine Onkel-Pipi-Straße in seinem Dorf einsetzen. Der Dude. Das stimmt ja nicht mit dir, hm? Onkel-Pipi-Straße in meinem Dorf. Hm. Na, ich weiß nicht. Einen Platz haben wir nicht. Also, von daher wäre Straße schon sehr sinnvoll. Also, sind wir ein wenig langsamer, aber ich spiele es gern. Ja, Tino, ähm, wie gesagt, es ist auch toll. Es ist, wie gesagt, ich habe ja gestern bei dir reingeschaut und so, aber und sie sind nicht ein wenig langsam, sie sind verdammt langsam, ne? Und deswegen, also, ich wünsche es euch von Herzen, dass da jemals das raus wird, was ihr euch erhofft und erträumt habt, aber ich glaube, das wird leider nicht passieren. Wäre doch mal interessant zu wissen, wie viel von den Millionen, äh, noch da ist, äh, aktuell, ne? Wir wissen ja irgendwie, was war der letzte Rekord, den sie geknackt haben? 250? 300? 350? Ich weiß es nicht mehr. Hab mir letztens das Spiel Tom Clancy's The Division 2 gekauft bei Amazon für 49, äh, 42,99. Das ist der billigste im Normalfall teurer. Das ist das billigste im Normalfall teurer. Ich verstehe gerade den Zusammenhang nicht, äh, Opa Schlumpf, ich hab's kostenlos bekommen. Und zwar gab's das zwei- oder dreimal gratis. Also einmal für Stadia, da hab ich's. Da gibt's, gab's mal einen 10-Euro-Gutschein, den konnte man komplett einlösen ohne Mindestbestellwert und damit hab ich's mir geholt. Und dann gab's das von Ubisoft auch mal verschenkt, wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Müsste mich mal die Community korrigieren. Aber auf alle Fälle gab's Division 1 auch geschenkt. Das hab ich nämlich, äh, bei Ubisoft geschenkt bekommen. Hab's aber auf der Playstation mir damals die Gold Edition gekauft. Muppet Lodge. Ich überlege gerade, ja, das gibt's. So. Hat ja recht. So. Ähm, na, als einer im Chat wäre der schnelle... Als wenn einer im Chat wäre, der schneller programmieren könnte. Und das ist wieder Polemik-Verteinigung vom Feinsten. Sag mir nicht böse, aber das ist wirklich Bullshit. Sorry. Werden wir sehen und danke fürs Reinschauen. Äh, immer gerne. Äh, wie gesagt, also ich wünsche es euch, ne? Aber, wie gesagt, und... Ja. Lasst uns das Thema einfach beenden. Na, habt ihr eure Hoffnung? Ich hab, äh, sie verloren. Ich glaube auch, dass... Und ich bereue es jetzt nicht, da irgendwie... Was hab ich ausgegeben? Ich glaub 48 Euro oder sowas in der Art. Also ich bereue ich nicht. Ich hab da meinen Spaß schon im Spiel mit gehabt. Es ist bei mir eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich nur vier oder fünf Stunden in dem Spiel Spaß hatte, wenn das jetzt runterrechnet und auf Kino eintritt, dann ist alles in Ordnung. Na, ist es nur traurig, dass eben halt nicht mehr draus wird. Aus meiner Meinung. Und dann bin ich schon wieder im Thema. So, mhm, 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 mhm. Ich glaube auch, dass ich es als Geschenk bekommen habe von Ubisoft am Aktionstag. Ich glaube, sowas war das in der Art. Also ich meine, klar ist der jetzt, bringt ihm jetzt nichts, diese Tipps zu geben, weil er wollte es jetzt haben. Und ich kann es ja auch verstehen. Ich persönlich hätte echt mal Bock, Division 1 auf der Xbox nochmal zu spielen. Weil, wie gesagt, ich bin ja der Sofa-Gamer und deswegen, da hätte ich mehr Lust drauf. Wegen New York und so weiter. Äh, das war eine Steilvorlage. Ich gehöre zu dem fülligen Moped-Lounge. Woher soll ich das denn wissen? Ich meine, dein Name ist hier weder fett gedruckt noch sonst was im Chat. Also, äh, von dem Geld machen sich, äh, die sich ein schönes Leben. Guten Morgen aus dem Lurk. Äh, ich war auch SC-Fan, aber im Moment richten mich, äh, nur noch auf, dass, äh, nichts mehr kommt. Schade, echt, ja. Also, wie gesagt, ich verfolge das nicht mehr mehr. Ich habe sogar den Newsletter abgestellt, weil ich gemerkt habe, ich lese ihn auch gar nicht mehr. Alleine dieser Newsletter, was der kostet an Produktion. Ne, also, das ist schon echt schicker, ein Newsletter. Der wird sich auch nicht von selbst, äh, äh, produzieren eben halt. Äh, wie sagte schon Jochen, äh, Mann, sag mal, wenn gutes mehr wird, äh, kann ich daran nichts Schlechtes finden. Okay. Kino gibt es ja, äh, 10, äh, Euro pro Stunde aus, also, äh, sag ich doch, Capranium. Das ist ja das, das ist meine Rechnung dabei. Ne, also, wie gesagt, dann, äh, habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe auch, müsste ich jetzt nachgucken, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt einen Zähler bei Escape from Tarkov. Da habe ich mir die dicke, äh, Variante geholt. Also, das Edge of Darkness-Paket für 108 Dollar. Und, äh, stundentechnisch habe ich es vielleicht, pfff, 20 Stunden oder so gespielt, weil ich mir einfach den Spielspaß erhalten wollte, weil ich gesagt habe, irgendwann kommt es raus und dann möchte ich spielen eben halt. Äh, und auch da wartet man immer wieder auf neue Sachen, wie zum Beispiel Streets of Tarkov. Das soll, glaube ich, auch schon seit über einem halben Jahr draußen sein, ist nicht der Fall, weil sie auch immer wieder irgendwelche anderen Sachen dazwischen schieben. Jetzt wird zum Beispiel eine Konsolen-Version programmiert, also, ähm, nur eben halt weiter Geld abzuschöpfen. Und jetzt könnten sie langsam, glaube ich, ein Problem kriegen, ne? Das ist, glaube ich, noch ein russischer Entwickler, oder? Fällt mir gerade auf. Das könnte ja jetzt ein Problem für die werden, Geld ranzubekommen. Äh, also Fakt ist, äh, das habe ich 20 Stunden gespielt oder so und trotzdem hat es sich für mich rentiert, weil es einfach ein geiles Spiel ist und ich es ja auch jederzeit wieder spielen kann, wenn ich möchte. Also, ich finde es nach wie vor ein tolles Spiel. Ich habe nur momentan keinen Bock auf, äh, Tarkov. Also, wie gesagt, da bin ich auch nicht traurig drüber. Äh, Eckart, selbst wenn wir sie, äh, persönlich sprechen, äh, also, selbst wenn ich dich jetzt in die Discord holen würde und wir würden darüber sprechen, wir würden nicht auf einen Nenner kommen. Deswegen, das bringt nichts, du hast da absolut recht. Also, ein Spiel, äh, hat für mich gelohnt, wenn pro Euro eine Spielstunde ist. Natürlich kann ich das Spiel auch geile Grafik, geiles Gameplay, auch mit weniger Spielzeit und, äh, ein gutes Spiel sein. Aber generell, wie gesagt, mein Ansatz ist da höher, weil, wie gesagt, so ein Spiel programmiert sich auch nicht für einen Euro. Also, von daher, ähm, ist da mein Ansatz schon ein bisschen höher. Äh, so, ich muss da mal den Kern, äh, ich bin eine Wasserstoffatome durchschütteln lassen. Wir sehen uns allen. Cabrani, schön, dass du da warst. Äh, dir einen schönen Start in die Woche. Sonnige Grüße von der Insel. Vincent Price, einen wunderschönen guten Morgen und Grüße gehen zurück nach Mallorca. Ja, so, leider nur kurzer Besuch. Ja, macht ja nichts. Puh, bei, ganz ehrlich mal, Vincent, ja, also ich hätte auch Besseres zu tun, wenn ich jetzt auf Malle wäre. So, ähm, naja, äh, ich festgestellt, dass der aktuelle Stand von ST von teilweise schon fast religiös verteidigt wäre. Das ist es halt, Tinkerfo, und du siehst es ja auch hier im Chat, das ist, ne, man kann da nicht auf einen Nenner kommen. Das ist, ja, wie Religion, wie du schon sagst, da kannst, da kommst du nicht gegen an. Das bringt auch nichts. Und wie gesagt, ich, jeder soll, und das ist bei mir auch mit Religion so, jeder soll seinen, seinen Glauben und seine Hoffnung haben. Ähm, er soll aber auch bitte akzeptieren, wenn ich sie nicht mehr habe. Ne? Äh, in die kritische Haltung, die Leute Geld reingesteckt haben. Das Problem ist, dass sie kaum etwas fertig sind und die, äh, sich damit Ziele ambitös gesteckt haben. Die Leute sollten sich eher als im Westen sehen. Ja. Äh, aber rein theoretisch ist es ja auch so. Ne? Es, man hat investiert in das Spiel. Ne? Es ist ja nicht, man hat das Spiel gekauft, sondern man hat in ein, äh, mögliches Fernsehen. Ich habe auch schon hunderte von Euro bei Kickstarter verloren. Projekte, die nie rausgekommen sind, wo ich mich die Kretze drüber ärgern kann. Aber es ist halt eine Investition. So ist es halt. Ich erwische mich auch regelmäßig, äh, Games zu kaufen und dann komme ich irgendwie nicht dazu, dass du spielen kommst. Immer was dazwischen. Geht euch das auch so? Ja, die berühmte Pile of Shame, mein lieber Dino, die ist bei mir riesig. Ja, also, du brauchst ja nur bei mir in die Steam-Bibliothek reinschauen. Ich kann es hier, glaube ich, äh, mit einem Klick sagen. Das sind nur die Favoriten. Da unten haben wir 355 Sachen habe ich bei mir in der Steam-Bibliothek drin. Du glaubst noch nicht, dass ich davon, ähm, ja, alle wirklich gespielt habe. So. Ähm, da, 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 Zumal bei EFT die Ingame-Währung in, äh, an den Rubel gebunden ist. Die haben, äh, da schon Probleme mit, ja. Äh, Old News Trump, einen wunderschönen guten Morgen. Um diese Zeit gibt es auf Malle nur die Verteidigung der Liegestühle. Das hatten wir ja heute schon als Thema Hellenic Master. Äh, vor einiger Zeit habe ich gelesen, dass es, äh, dass Pac-Man als Horror-Version herauskommen soll, aber es fraglich auch, ob es umsetzbar ist. Also erstmal klingt das jetzt nicht uninteressant. Ich weiß noch nicht, ob es Pac-Man zugute tun würde, weil Pac-Man ist für mich etwas sehr Niedliches. Also ich fand es schon schrecklich, dass er in, äh, dass er in Pixels böse dargestellt worden ist. Also Pac-Man ist für mich eigentlich der Gute. Ne, also keine Ahnung. Und ja, die Geister könnte man natürlich auch durch irgendwas anderes Schreckliches ersetzen. Also Raum dafür ist vorhanden, definitiv. So, ich werde mich jetzt als Handtuchverteiler auf Malle. Auch schön. Also ein Steam-Sammler, ich komme in den, äh, Jahren, äh, auf gerade mal 15 Games. Das mache ich falsch, brauche Hilfe. Mappenlaunch, ich habe schon 15 Games drin gehabt in meiner Steam-Bibliothek. Da habe ich noch nicht mal den Gaming-Rechner gehabt, den ich jetzt hatte. Da waren schon 15 da drin, da war, hier nicht Escape from Tucker, da war, äh, Elite Dangerous drin, da war, ähm, hier, welches hatte ich noch geholt gehabt? City Skylines. Also wie gesagt, das, da kam schon einiges zusammen und es gibt ja auch immer wieder mal Gratis-Spieler und so, also von daher, das, äh, das geht relativ schnell und wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass ich bestimmt 200 Spiele auf der Playstation 4 habe, äh, das kommt eben halt immer durch diese Monats-Titel durch PSN Plus zustande, das, wie gesagt, summiert sich sehr schnell und alleine meine Epic-Bibliothek, in der ich ein einziges Spiel wirklich selbst gekauft habe, da fällt mir ein, habe ich das letzte eigentlich schon abgerufen, weil da gibt es ja einmal pro Woche gibt es ein Gratis-Spiel bei Epic, ne, ich glaube, das hatte ich schon, das letzte. Ähm, gucken wir nochmal rein, mal sehen, ob die eine Zahl anzeigen. Dauert gerade ewig, bis das hochfährt. so, naja, es ist wirklich so, also ich sammle Spiele, aber das habe ich immer schon getan, das ist, glaube ich, meiner Zeit vom C64 und Amiga noch geschuldet, damals natürlich Sicherheitskopien, die man gesammelt hat, aber, so, kann ich hier irgendwo meine Spieleanzahl sehen? Ne, kann ich nicht, aber ich kann euch sagen, es sind, äh, elf Seiten und pro Seite sind es sechs, zwölf, äh, vierundzwanzig, also vierundzwanzig mal elf. Do the math. Äh, ich habe jetzt keine Lust, das auszurechnen. Ähm, aber Fakt ist, wie gesagt, das sind nur Spiele, die ich geschenkt bekommen habe bei Epic und ein einziges davon habe ich gekauft, das ist Jedi, äh, Fallen Order. Ich schaue nur, dass ich Spiele besorge, die ich auch gleich spiele, sonst, äh, triggert mich das. Äh, Herr Lenkmaster, ich kann dir sagen, dass ich bei Planet Coaster alle Add-ons gekauft habe und vielleicht 40 Stunden gespielt habe und ich finde es nach wie vor ein wunderschönes Spiel. Ich habe nur nicht die Muße, es zu spielen, weil es einfach so ein Zeitfresser ist. In der Zeit beschäftige ich mich lieber damit, wie man ein Schnittprogramm bedient oder sowas in der Art. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr am Spielen bin. Ich kann durchaus mal eine Runde, was weiß ich, Vigor oder eine Runde Warzone spielen, habe ich gar keine Probleme. Das ist eine kurze Runde. Ich kann auch sogar eine Stunde in, äh, ja, im Flugsimulator verbringen. Ne, also hier FS 2020. Aber ich kann nicht irgendwie stundenlang in Planet Coaster damit verbringen, einen Park zu bauen, ja, den ich mir dann, äh, zwar als Streamer mit meiner Community anschauen kann, aber im Normalfall ja nur alleine, ne. Äh, Stella Bam, das ist der Pixoo, das hat ja auch Dino Martino schon gerade gesagt. Ja, zu C64-Zeiten hatte ich auch vier Disketten voll mit Sicherheitskopien. Ja, ist so. Und das ist bei mir geblieben. Also bei mir ist dieser Sammelfaktor. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich jetzt, also ich beschäftige mich ja mit dem Thema Arcade aktuell sehr. Ich ärgere mich richtig, wenn ich merke, äh, oder, oder feststelle, es gab ein Spiel für den Amigo oder C64, das ich nicht hatte. Wie zum Beispiel Bang Panic. Das habe ich geliebt als Arcade-Automat. Konnte es natürlich kaum spielen, deswegen habe ich auch kaum eine Ahnung gehabt, was alles noch an Tiefe in diesem Spiel vorhanden war. Und das gab es für den C64 als, äh, Version. Und, äh, habe ich nie gehabt. Da habe ich mich richtig drüber geärgert. Gut, das wäre auch ein anderes Spielgefühl gewesen als am Automaten, aber, äh, hatte ich nicht. Genauso, wie gesagt, Gerlager gab es dann später ist heute auch wesentlich später das rausgekommen, 2020. Hast du Elite Dangerous mal in VR gespielt? Ich fand es klasse mit Hotas und Sprachsteuerung. Ich habe, ähm, Hotas, äh, gespielt. Ich habe, äh, Sprachsteuerung nicht aktiviert gehabt, aber ich habe es mit VR gespielt. Und Dino, das war für mich so ein bisschen der Augenöffner für VR auch. Also, das war ja sowieso schon, man hat ja das Gefühl, in einem Hodo-Deck irgendwie zu sein, alleine bei der Quest 2 im, äh, Bedienmenü. Aber, als ich im Raumschiff in Elite Dangerous gesessen habe, habe ich das erste Mal VR so richtig verstanden und warum es da so eine Fangemeinde gibt. Ich habe meine VR mittlerweile verkauft. Ich, äh, warte auf die Quest 3 praktisch. Da haben sie einfach angekündigt, dass die wesentlich besser sein soll. Und meine hat in den letzten Wochen einfach nur noch rumgelegen und, äh, ist eingestaubt. Und deswegen, das Thema VR ist bei mir nicht vom Tisch. Äh, es wird wiederkommen, aber aktuell eben halt nicht. So. Stellung, äh, gibt es bei Amazon oder AliExpress, ähm, also, kosten auch nicht die Welt. Äh, Oktalus, einen wunderschönen guten Morgen. Hätte noch einen Concierge-Account abzugeben. Was ist ein Concierge-Account? Never heard of. So. Tut, 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 tut. Äh, Vigor, genau, ähm, genau an dieser Stelle der Hinweis. Danke, Ballritter. Äh, es gibt noch aus einer alten Partnerschaft von Vigor, die ich damals auch unbezahlt gemacht habe, aber als kleines Dankeschön haben sie mir ein In-Game-Item gemacht und da könnt ihr tatsächlich eine Onkel-Pipi-Tasche im Spiel auf der Xbox abgreifen, wenn ihr wollt. Also da einfach den Link folgen, den, äh, Ballritter gerade gepostet hat. Ich weiß nur, dass, äh, in meiner Steam-Bibliothek viele Games sind, drei Viertel davon, äh, von meinem Sohn, aber das nächste Mal kommt, äh, wird meines sein. Ähm, Raft, da freue ich mich schon drauf. Wieso? Raft ist doch schon die ganze Zeit draußen. Oder war das nur für Konsolen bislang draußen? Ne, Raft ist doch schon draußen für Steam. Da kommt was Neues, oder? Weil das wurde mir gerade auf der Seite angezeigt, äh, als Werbung. So, gucken. Auch auf meiner Pile of Shame Thief-Simulator für die Switch. Musste ich ja unbedingt für ein, für ein kleines Geld mitnehmen, nie gespielt. Hat mich nur gereizt. Da, sehe ich, äh, Raft. The Renovation-Update kommt da anscheinend. Early Access. Okay. Ja, viel Spaß. Das müsstest du eigentlich auch so spartanisch, wie das aussieht, müsste das eigentlich auch Switch-tauglich sein, oder? Keine Ahnung. So, machen wir wieder zu. Ähm, die wenigsten wissen, äh, was ein Concierge-Account wert ist. Ich weiß nicht mal, was es ist. Habe ich nie gehört. Also, Concierge, klar, im Hotel, ne, aber, äh, Epic mal außen vor gelassen habe ich meinen Pile of Shame auf die Wunschliste umgelagert. Heißt, erst wenn ich ein Spiel fertig habe, kaufe ich mir das nächste. Somit kostet die Pile of Shame kein Geld und es tut nicht weh, ein Spiel von der Liste zu werfen, äh, falls man doch keine Lust mehr darauf hat. Drachenauge, sehr schöne und löbliche Einstellung. Ich persönlich bin der Schnäppchen-Onkel, wie du weißt. Das heißt, ich hau die mir alle auf die Wunschliste drauf und wenn dann ein Sale kommt, dann hole ich mir die, wo ich in dem Moment vielleicht mal Bock drauf hab, spiele sie zehn Minuten und dann sind sie auf der Pile of Shame. So, Leute, bin mal weg, wünsche euch einen schönen Tag und bleib bitte gesund. Bis bald. Opa Schlumpf, dir auch einen schönen Tag, schönen Start in die Woche und schön, dass du hier warst. Sascha, guten Morgen. Nee, ist schon lange draußen, aber Gong spielt es zur Zeit wieder. Ah, verstehe, alles klar. Aufbauspiele sind übelste Zeitfresser. Wer kennt die Titel nicht? Ja, das ist eben, aber ich finde sie auch mega faszinierend, Hellenic Master. Also, ich finde Aufbauspiele mega faszinierend. Sei es Civilization, sei es Planet Coaster. Ich finde die einfach toll, aber ich mag die Zeit nicht investieren. Also, es klingt total bescheuert, aber wie gesagt, sie faszinieren mich, wie sie haben. Ich habe zum Beispiel eins auch auf der Pile of Shame, das ist Transport Fever 2. Ich hatte mir schon eins geholt, das war schon auf der Pile of Shame, aber zwei war ja noch hübscher und deswegen wollte ich das unbedingt haben, weil ich dann die Hoffnung hatte, vielleicht fange ich es dann endlich an zu spielen. Zack, auch auf der Pile of Shame. Also, wer das nicht kennt und auf Aufbauspiele steht, Transport Fever kann ich wirklich empfehlen. Ist wirklich sehr hübsch anzusehen. Man kann auch, wenn man in den Kreativmodus geht, seine eigene Miniatur Eisenbahn praktisch bauen. Top Lofty Sulu, nie gespielt hat und was ich dann über Epic gratis bekommen hätte. So habe ich zum Beispiel Jurassic Park Evolution gratis bekommen. Hat mich auch mega fasziniert, Aufbauspiel, klar, aber habe es mir dann doch nicht gekauft und früher oder später gab es das dann umsonst. Ich müsste auch mal wieder Surviving Mars anfangen, noch eins auf meiner Pile of Shame, auch das war bei einem Humble Bundle dabei und in die Steam-Bibliothek und nie gespielt. Bis dahin, was das läuft, sind auch ruckzuck ein paar Stunden weg. Ja, ist so. Oh, Transport Fever 2, über 10, über 1000 Spielstunden, Hammer. Und wirklich schön, Heisenberg. Ich finde es wirklich toll, also, wie sie das so miniatisiert haben. Ich wünschte, ich hätte die 3D-Skills, dass ich die Hamburger Straßenbahn ins Spiel bringen könnte. Weil ich weiß ja, dass da einige Modder sind, die eben halt die eigenen Straßenbahnen da reinbringen. Die eigene U-Bahn aus Hamburg würde geil sein oder eben halt, ich glaube, die S-Bahn haben sie drin. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber so als Hamburger diese Sachen hätte ich halt gerne in dem Spiel drin. Aber ich würde es dann trotzdem nicht spielen. Es gibt auch einen Lotus-Straßenbahn-Simulator, der auch schon seit 3 oder 4 Jahren jetzt auf dem Markt ist und dafür soll irgendwann mal das DLC Hamburg 78 kommen. Man überlege mal, der ist seit 3 bis 4 Jahren schon auf dem Markt. Wenn das Ding rauskommt, ist wahrscheinlich schon ein Nachfolger wieder auf dem Markt. Also, verrückt. Und das ist wirklich toll designt worden. Also, du hast wirklich das Gefühl, soll auch VR möglich sein. Du hast dann wirklich das Gefühl, du würdest eine alte V6E eben halt spielen in Hamburg. Bin seit Mai 21 an einem Spiel geraten und finde es immer noch super. Conan Exiles, auch das habe ich geschenkt bekommen und auch das ist auf meiner Pile of Shame. Wobei, Conan Exiles habe ich sogar gewonnen bei einer hier von Kinguin gab es dann so ein Gewinnspiel, wo man eben einen Key gratis bekam und das habe ich gewonnen gehabt, Conan Exiles. Wir sind teilweise Aufbauspiele nicht komplex genug. Ich langweide mich zu schnell. Ich finde sie gerade, weil sie zu komplex sind, finde ich sie dann auch wieder nervig, weil man dann natürlich schon praktisch dazu verdammt ist, von Anfang an zu scheitern. Also es ist verrückt, aber wie gesagt, ich finde Aufbauspiele, gerade weil sie komplex sind, finde ich sie faszinierend. Chris, moin, grüß dich. Ich habe einen Zockerbekannten, der hat glaube ich über 4K Spiele bei Steam. Ich habe hier jemanden in der Community, der ist bislang noch nicht aufgetaucht, obwohl der ja schon wach ist, das weiß ich, als ich gesehen habe, was der an Spielen drin hat. Ich werde keinen Namen nennen, aber ich gucke mal kurz nach, ob ich es schnell überprüfen kann. So. Ja, da ist er. Und wie gesagt, er ist auch online, aber er ist nicht hier. Warum ist der eigentlich nicht hier? Was stimmt eigentlich mit dem nicht? So. 1400 Spiele hat der in seiner Bibliothek drin. Mal sehen, ob er sich jetzt angesprochen getriggert fühlt, hallo zu sagen. 1400 nur auf Steam. Und ich bin schon mit meinen 355 sehr gut dabei. Das ist eine virtuelle Modelleisenbahn mit hunderten von Mods. Hunderten, tausende würde ich ja fast schon sagen. Also ich weiß nicht, wie viel es aktuell gibt. Aber was da, ich sehe sogar gerade oben Update Previews. Es gab anscheinend ein Update mit einem Mississippi Dampfer so als Bild. Ich finde es wunderschön. Was mich übrigens an Transportfever stört, ist, dass es keine Jahreszeiten, kein Regen und sowas gibt. Dass es kein Wetter gibt. Also Wetter gibt es nicht. Also bin ich doch richtig in Erinnerung. Oder habe ich doch richtig in Erinnerung, dass es kein Wetter in Transportfever gibt. Es ist halt ein Schönwetter-Simulator, sagen wir es so. So, wunderschönen guten Morgen, ihr Nasen. Mini Duart, ein wunderschönen guten Morgen. Ja, kann ich klagen. Warstin, guten Morgen. Ich liebe Aufbau-Spiele und investiere auch gern die Zeit darin. Andere gucken halt am Abend fern. Ich spiele gern. Ich sehe das auch nicht als Investieren, sondern als super Zeitvertreter und Ablenkung von der Realität. Talvarus, das ist völlig okay. Also ich mache hier niemanden Vorwürfe, weil er seine Zeit mit Spielen verbringt. Ich selber spiele ja auch ab und an gerne. Wie gesagt, ich spiele nur nicht mehr so intensiv, wie es mal war. Ich weiß noch zu Battlefield-Zeiten, da habe ich abends um sechs angefangen und morgens um vier aufgehört am Wochenende und nur gedaddelt. Ja, und meine Frau hat mich kaum gesehen gehabt. Also, und wie gesagt, die Zeiten sind vorbei und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh darüber, dass die vorbei sind. Wunderschönen guten Morgen, ihr Nasen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Das hatte ich gelesen gehabt. Auch bei Spielen, das hatte ich auch gelesen. Ja, kein Wetter, aber dafür gibt es dann hoffentlich Transport Fever 3. Sag ich jetzt nicht, die sind schon am Planen für Transport Fever 3. Na, weil wie gesagt, ich habe jetzt das 2 ja noch nicht mal gespielt und das ist eigentlich sehr schön. Ich liebe ARK und da habe ich über 6500 Stunden drin. Hat mich nie angesteckt, dieser Virus von ARK. Ich verstehe das. Ich weiß, dass viele eben halt ARK suchten. Ich überhaupt nicht. Also, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Also, ich kann man irgendwo bei Steam angucken, welches Spiel man am meisten und längsten gespielt hat. Das wäre mal interessant. Und wahrscheinlich wäre das bei mir sowieso irrelevant, weil bei mir die Zahlen auf der Playstation relevant wären. Und da wird es definitiv auf Platz 1 Battlefield 3 sein und auf Platz 2 Battlefield 4. Aufgrund meiner schweren Erkanntung ist Game, wenn ich in der Lage bin, das Einzige, mit dem, was ich mich ablenken kann. War bei mir übrigens auch eine Kat lange Zeit so einfach ein bisschen Frust rausballern, auch teilweise. Also, deswegen auch Shooter gerne gespielt. Geht mir ein Survival Mars auch so, solange ich das habe. Bestimmt schon 14 Kilo angefangen, weil jedes Mal, wenn ich etwas wieder aufgehört habe, so viele Monate in Land gezogen sind, dass ich nicht mehr wusste, die Kardonie weiterzubauen und am Leben zu halten. Ja, das geht mir bei City Skylines so. Geht mir, da ist er ja. Ja, habe ich dich jetzt getriggert? Da ist er ja. Oder hat er jemand Bescheid gesagt? Ich bin schon mega rollig auf Ark 2. Das habe ich auch nicht mitbekommen, dass da was geplant ist. Dazu musst du in deiner Bibliothek alle Games anklicken und dann auf die jeweilige Spielzeiter nehmen. Also du meinst jeweils einzeln, dass wir mir jetzt ein bisschen zu viel aufhören. Nein, Kurben. Kurben, wir hatten gerade vor fünf Minuten von dir gesprochen oder beziehungsweise ich habe gesagt, ich sage nicht seinen Namen. Deswegen. Und jetzt kommst du Zeit nach rein und dann habe ich auch noch irgendwann gesagt, wieso ist der eigentlich nicht hier? Der ist online, aber wieso ist der nicht da? Ich habe dich heute Morgen schon twittern sehen, dein Video übrigens teilweise schon angeschaut. Da die Frage an dich, Kurben, warum hast du es nicht deutsch auch produziert? Also ich weiß, du hast auch eine englische Community, aber ich finde gerade im Deutschen wäre dieses Video auch sehr viel wert, weil es glaube ich nicht so viel gibt zum Steam Deck im Deutschen und ich finde dein Video echt toll. Also hast du super gemacht an dieser Stelle. Fand ich echt klasse. Also hat mir echt gefallen. So, ja einzeln, nichts zusammenfassen. Ja, das ist schade. Also wie gesagt, das wäre natürlich geil, wenn man mal alle seine Spielzeit über sehen könnte, dann wüsste man, oder eben halt auch so eine History hat, dieses Spiel hast du am häufigsten, wobei das gibt es glaube ich, ne? Das kann man im eigenen Profil glaube ich sehen. Dieses Spiel ist dein am häufigsten gespieltes Spiel und das ist dein Lieblingsspiel, sowas in der Art. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, müsste mal kurz gucken. An dieser Stelle der Hinweis, am Mittwoch ist Community Abend, das heißt wir spielen Mario Kart 8 zusammen. Wenn wir schon über Spielen reden, kann ich auch ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle machen. Ne, ich sehe hier nur gerade, 353 Spiele sollen im Besitz sein, 238 DLCs. Ich habe 69 Stunden zum Beispiel Planet Coaster gespielt und ich sage euch, da könnte ich locker eine Null ranhängen, wenn ich wollte. So, und ansonsten sehe ich nicht. Fall Guys habe ich schon 21 Stunden, hätte ich mir gar nicht gedacht, dass ich so viel da drüber habe. Wieso habe ich das denn doppelt? Was ist da los? Aber danke, Dankeschön für den Raid. Mein lieber Pixel Demon, ich grüße dich. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Und Cadbury ist auch noch reingeschneit. Guten Morgen. So, ich muss mal kurz hochscrollen. Bin gleich bei euch. Also erstmal vielen, vielen Dank für den Raid. Worüber ging es bei euch, Pixel? Erzähl mal. Worüber habt ihr gesprochen? So, Battlefield in der Luft jagte, weil ich C4 mit der Handkanade verwechselt. Habe ich meine Karriere beendet. Aber das ist doch Spaß. Ich spiele Spiele nicht mit so einem bierernsten Hintergrund. Natürlich möchte ich Spaß haben und wenn jemand mich zum Beispiel in einer Tour in die Luft jagt bei C of Thieves, dann habe ich da auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Aber ansonsten bin ich da relativ entspannt. Warte schon seit acht Monaten auf ein Content Update in Division 2. Okay. Da produziert Vin Diesel mit und seine Tochter ist auch im Game. Die haben neue Game-Entwickler drin. Es wird bestimmt mega. Das war Ark jetzt, ne? Ja, Ark 2. Okay. Wusste ich gar nicht. Hello, Kühlschrank-Magnet-Stimme. Lange nicht mehr gesehen. Freut mich, dass ich mich immer wieder erwische. Kasimirina. Guten Morgen und... Hallo. So, ähm... Catberry nochmal. Bin ich schon wieder so spät? Du bist da, das ist die Hauptsache Catberry. So, also vielleicht nochmal an dieser... Wo heißt es? An dieser Stelle nochmal der Hinweis. Am Mittwochabend ist Community-Abend. Das heißt, wir spielen Mario Kart zusammen. Die, die schon länger bei der Community dabei sind, sind herzlich eingeladen, mitzuspielen und ein paar Runden in Mario Kart zu drehen. Am Freitag sollen dann die neuen DLCs kommen. Die können wir leider noch nicht anschauen. Aber wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr am Mittwochabend dabei seid. So, Muppet Lounge. Ich glaube, die meiste Lebenszeit in einem Spiel habe ich zwischen 2006 und 2013 versenkt. Wow. Von Windup bis Ende Katalysm. Zu viele Chars, zu wenig Real Life damals. Bei mir ist es Dark Age of Camelot. Definitiv. Schluckt wahrscheinlich noch Battlefield 3 und 4. Ich bin Josh. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Grüße nochmal an die Radar. Hier Öl zu verkaufen, hier Öl zu verkaufen. Hatten wir doch heute Morgen schon. Man kann in der Bibliothek sich alle seine Spiele anzeigen lassen und dann sortieren nach Spielzeit. Andassi, vielen, vielen Dank. Also alle Spiele anzeigen lassen und dann die Spielzeit. Bibliothek. Aber wie? Weitere Filteroptionen. Spielbereit. Sammelkarten. Nö. Da ist es nicht. Also dieser Suchetyp ist es nicht. Ne. Muss ich mir mal nach dem Stream in Ruhe anschauen. Aber das würde mich mal interessieren, was ich in meiner Steam-Bibliothek am häufigsten und am längsten gespielt habe. Also Daisy. Nein, nein. Ich weiß jetzt schon, was das häufigste Spiel bei mir sein wird. Viel Spaß. Das ist bei mir das häufigste gespielte Spiel. Stream-Avatars. Das ist bei mir ungeschlagen auf Platz 1. Strippi, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. So. Klar war die Aktion lustig, dass ich in die Luft jagte, aber auf Dauer war es mir dann zu langweilig. Ist aber auch sicher mindestens 14 Jahre her. Damals gab es nur ein paar Maps, wenn ich mich daran erinnern kann. Boah, wie lange ist denn jetzt schon Battlefield 3 her? Wann war denn das? Das muss 2010 Eif? Eif muss das gewesen sein, dass ich das gespielt habe. Bekannte von mir an Daok. Das war auf der übelste Grind. Moment, da war WoW schon schneller, außer man wollte in Vanilla den höchsten PvP-Rang. Ja, bei mir, wie gesagt, war es auch so ein Aufwecker gestellt für Raids und solche Geschichten. Real-Life-Partys nicht wahrgenommen, weil es gab ja in dem Tag ein Rang-Raid. Ne, nie wieder. War eine tolle Zeit, aber nie wieder. So, endlich schaffst du jetzt mal wieder zu einer Morningshow. Das freut mich. Ich bin im Stream und finde nichts, ich finde auch nichts, dass man die Spielzeit zusammenfassend für alle Spiele anzeigen lassen kann. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht so wichtig, also wie gesagt, das häufigste Spiel ist bei mir definitiv Stream-Avatars und dann wird es gefolgt von DayZ. DayZ habe ich eben halt sehr lange Zeit gestreamt gehabt und das könnte ich wahrscheinlich sogar sehr schnell überprüfen. Gucken wir mal, wo haben wir DayZ. Das müsste da oben irgendwo sein, DayZ. Und dann Eigenschaften. Wo haben wir das? Spielzeit, wo ist sie? Ach ne, die wird ja daneben angezeigt. 281 Stunden und 7. Also 281,7. So. Also definitiv bei mir DayZ. So. Ich bin zu alt für die Scheißen. Das ist nichts mehr mit Weckerstellen für Raids. Wait, Lost Ark. Echt? Immer noch? Ah, die Myrtle-Liste. Auf 7db.info kann man diverse Infos mit Spielzeit und Account-Wert und so weiter nachschauen. Eventuell ist es dabei. Oh mein Gott. Ich sollte besser nicht den Account-Wert anschauen. Ich glaube, dann fange ich an zu weinen. Wobei, 10 Google-Timer als Wecker wird schon, also ich würde dich ja jetzt nicht enttäuschen, aber ich glaube schon. Ja, wenn man jetzt darüber nachdenkt, deswegen habe ich Division auch nur zwei Schaßen, keine vier, nie wieder Slave meiner virtuellen Puppies. Ich glaube, ich habe auch nur zwei in Division. Ich glaube, in Division hatte ich zwei Schaßen, währenddessen ich in Daok alle Plätze belegt hatte. Mein Hauptschar war ein Hunter, dann eine Schattenklinge, dann ein Geisterbeschwörer, eine Heilerin, ein Schamane. Ich habe sie alle hochgelevelt. Also damals konnte man das ja schön machen, da gab es ja diesen Ort, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber da konnte man ja seinen Twink relativ schnell hochleveln. Sabi, einfach nur einen schönen guten Morgen. Lost Ark habe ich nur 200 Stunden. Okay. Mein meistgripsspielte Spiel ist immer noch Adventure Capitalist, Olles Idle Clicker Game. Echt? Wie viele Stunden hast du da? Okay, 300, ich bin still. Mein längstes Game of Steam ist Path of Exile mit knapp 1600 Stunden, danach kommt Valheim mit knappe 1000 Stunden. Das schaffe ich nur bei Stream-Avatar und das auch nur durch Stream, weil die eben halt im Hintergrund laufen, aber ich habe kein Spiel in meinem Leben, Dark Age of Camelot könnte schon hinhauen. Da gab es ja keinen Zeitzähler, Gott sei Dank, aber ich glaube, Dark Age of Camelot könnte durchaus hinhauen, dass ich da 1000 Stunden habe oder mehr. Meiner liegt bei unter 200 Euro. Ich habe circa 1K an Spielen dank GOG und Free Games. Okay, ich gucke mir das nachher mal an. Brothers Kane oder Kain, guten Morgen. Adventure Capitalist hat laut Steam bei mir 942 Stunden, ich kenne das Spiel nicht mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt hat er mich ja neugierig gemacht. Sowas macht mich immer neugierig. So bin ich auch übrigens auf Dark Age of Camelot gekommen, weil irgendwelche Freunde von mir hatten das, oder was heißt irgendwelche Freunde sehr liebe sogar, hatten das gespielt gehabt und ich habe das nicht gerafft. Achso, das ist meine Bibliothek, da wird das logischerweise nicht finden. Ich habe nicht gerafft, wie die so viel Zeit damit verbringen konnten, nur im Wald rumzulaufen, in einem virtuellen Wald. Das ist sogar kostenlos. Meine Herren, ich glaube, ich habe das mal irgendwo gesehen. Also Fakt ist, die sind irgendwo in einem Wald rumgelaufen und das hat mich so fasziniert, dass die das die ganze Zeit gespielt haben und dann immer wieder, nein, das ist toll, das Spiel und dann haben sie mir erzählt, dass es ein Rollenspiel-Game ist und ich habe immer, wenn ich mal ein Rollenspiel spielen wollte, dann habe ich gesagt, dann muss ich einen Zauberer spielen und das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich, zumal sie dann auch noch erzählt haben, ja, das kostet monatlich noch so viel und ich, ja, hallo, seid ihr bescheuert und dann bin ich den nächsten Tag hingegangen, habe gesagt, zeig mir das Spiel, ich will jetzt sehen, warum ihr da so süchtig nach seid und was war, auf dem Rückweg bei MediaMarkt Stopp gemacht, das Spiel geholt und die nächsten zwei Jahre sind aus meiner Erinnerung irgendwie getilgt, keine Ahnung. Okay, ich bin bei 3720 Stunden bei Conan. Octalus, bist du da irgendwie Game Master oder wie muss ich mir das vorstellen? Knapp gefolgt von Beat Saver mit 898 Stunden, aber da sage ich ja wieder, das haut schon hin, weil da streamst du, da kommen natürlich schnell Stunden zusammen, ich denke auch bei Sea of Thieves würde ich einiges an Stunden haben, habe ich ja auch eine Zeit lang gestreamt. Und Dead by Daylight auf der Playstation, klar. Bei mir macht es sich zwischen Ark und Anno 1800 aus, beides knapp 2K Stunden, wow. Die Wartezeiten sind generell durch, selbst auf Kadern keine mehr, ah, okay. Ich habe letztes Jahr nach 15 Jahren WoW einfach fallen gelassen, einfach kein Interesse mehr gehabt, reine Spielzeit zwei Jahre. Sabi, hast du Unterbrechungen gehabt oder hast du diese Statue bekommen? Es gab ja irgendwie für WoW-Spieler nach zehn Jahren oder so, haben die ja alle so eine Statue bekommen, wenn die das Abo immer haben durchlaufen lassen. Hörst du dazu? Lord Bugfighter, einen wunderschönen guten Morgen, bei mir ist es Sea of Thieves mit 1350 Stunden. Wo kann ich das sehen? Ist das im, kann ich nicht sehen, ich habe es auf der Xbox gespielt, da muss ich auf der Xbox gucken. Ich habe zwar auch hier und da mal auf dem PC gespielt, aber es sind nur ein paar Stunden. Das sind bei mir nur die Steam Games, alle anderen würde ich gar nicht wissen, zum Beispiel Minecraft. Darf ich den Clip bei mir einbauen? Was habe ich denn jetzt schon wieder angesteckt, Korb? Natürlich darfst du. Katzenberry Dingens? Was? Habe 16 Jahre WoW hinter mir, nach ca. einer Stunde dachte ich mir, ich leite noch nicht an Diskalkulie. Diskalkulie? Was ist denn Diskalkulie? Freundin, Fußballjob und meine WoW-Zeit reichte nicht aus, also löste ich mich von einem Gilden und zog random los. Seitdem pflege ich Kontakte und wenn ich Zeit und Lust habe, konnten die Raids machen, so blieben alle Faktoren befriedigt und ich habe mich, habe die Couch bei meiner Freundin nie, ich habe die Frau, äh, Couch bei meiner Freundin nie gesehen. Hä? Was? Wie? So. Auf Steam Powered anmelden, äh, auf den Avatar, dann rechts auf Spiele, dann sollten die aufgezeigt werden und, äh, sortierbar sein. Radolf, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Schaue ich mir, wie gesagt, nach dem Stream dann an. Gerade mal geschaut, alleine Elite Dangerous ihr, äh, Horizon kam und ich davor aufgehört habe, 1900 Spielstunden, da könnte ich auch nochmal kurz reingucken. Also, ich habe ja ein paar Stunden auch in Elite Dangerous verbracht, mehr auf der Playstation, da deutlich mehr, aber es interessiert mich jetzt, wie viel ich auf dem PC verbracht habe. Das sind bei mir 48, naja, 49 Stunden sind es. 49 Stunden, das ist schon einiges. Ne, ich habe einen Server und spiele einfach. Ah, okay. Ah, schade, Sabi. Also, fand ich auch schade, dass das im Nachhinein, aber klar, natürlich war das so ein kleines Goodie für die, die wirklich lange durchgehalten haben, aber ich wäre da auch nicht der Typ gewesen, wenn ich gewusst hätte, ich habe zwei Monate Urlaub, kann ich spielen, dann hätte ich auch das Abo gekündigt. Ich glaube, mein meistgespieltes Spiel müsste Rimworld sein, habe 1087 Stunden auf Steam, habe das Spiel aber damals nur kurz nach der Alpha schon auf Steam gekauft gehabt. okay. Division 1, 4537 Stunden, die müssten bei mir so auch bei 300 liegen, Division 1. Division 2 fand ich nicht mehr so doll. Sind nur 2.928 Stunden bei dir, wow. Meine schlimmste Spielereihe war Total War, alle Teile zusammen circa 5.300 Stunden, aber auch viel gemoddet. Total War sagt mir auch überhaupt nichts. Ich wette, bei euch ist der eine oder andere auch mit Arma dabei, dass er da Hunderte oder Tausende von Stunden hat, genauso wie eben halt DayZ. Meisterdieb, einen wunderschönen guten Tag, wie viele Stunden hast du denn schon beim Sea of Thieves? Du hast mich neulich überlesen, du kleiner Lump. Ich habe mich so gefreut, mal kurz deine Pause erwischt zu haben und ein paar Logesachen warst du schon wieder in der Pause. Aber gerne bei Meisterdieb mal vorbeischauen. Mittlerweile sollte Wayne MacLeod 18 draußen sein, ne? Und was ist mit dem anderen? Ich hatte ja noch was besprochen gehabt. Das war ja was ganz anderes. Das hatte ja nichts mit Wayne MacLeod zu tun. Ist das auch schon draußen? Ewigkeit nicht miteinander geschnackt. Dyskalkulier ist eine Beeinträchtigung des arithmetischen Denkens. Ah, okay. Bei WoW habe ich mich noch nie getraut nachzuschauen, aber es war eine Zeit lang mindestens sieben, sechs bis sieben Stunden pro Tag und dann die Rates noch plus fürs Gier. Habe dann SL aufgehört. Dann hat es auch gereicht. SL kenne ich nicht jetzt. Das wird wahrscheinlich DRC sein, was dann rausgekommen ist. Bei Daok wäre es ja ein Shrouded Island gewesen und dann kam noch irgendwas mit den Wehrwölfen. Da hatte ich dann auch einen neuen Char angefangen gehabt. Ich hatte eine Pause gemacht von einem Jahr, war so stolz losgekommen zu sein. Dann habe ich es angefangen, aber nach einem halben Jahr war dann wirklich die Luft raus. Die Couch nie gesehen im Sinne von, dass ich dort starb. Ach so, alles klar. Herr Lenkmaster, danke. So. Im Discord habe ich ein Bild eingestellt. Darcy. war so drüber habe ich gemocht. So. Spielanzeige. Spielzeige. Ah. Dankeschön. Gucken wir doch mal eben kurz. Da ist sie. Vielen, vielen Dank. So. Ich sage ja, betreutes Streamen hier. Ja, ich sehe gerade auch auf meiner Pile of Shame. Das ist echt traurig. Rust. So. Wie war das? Sortieren nach? Wo haben wir denn alle Spiele? Wo sind alle Spiele bei mir? Ich habe die Favoriten ganz oben. Ach so. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Gut, da reichen die Favoriten, weil die anderen habe ich eh nicht gespielt. Spielzeit. Okay. Es ist, was ich gesagt habe, über 100 Stunden sind bei mir StreamAvatars und DayZ. Dann kommt Planet Coaster. Da bin ich zumindest einigermaßen froh drüber, dass es dann doch auf Platz zwei ist. Also StreamAvatars zählen nicht. Rocket League habe ich tatsächlich 52 Stunden gehabt. Scum habe ich 50 Stunden lang gespielt. Und dann kommt Elite Dangerous. Dann kommt Fall Guys. Dann kommt Plug Inc. und Dead by Daylight. Obwohl ich das wirklich sehr wenig gespielt habe. Und sogar 16 Stunden habe ich immerhin im Euro Truck Simulator 2 verbracht. Und 15 Stunden in The Hunter Call of the Wild. Das habe ich auch auf der Playstation gespielt. Deswegen sind auch so wenig Stunden. Aber Pummelparty, auch ein Community Game, was wir demnächst mal wieder spielen können, hat immerhin 10 Stunden. Aber wie gesagt, Community Abend am kommenden Mittwoch spielen wir zusammen Mario Kart 8 Deluxe auf der Switch. Und wenn ihr mitspielen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Division ist nun mal mein Main Game, was halt auch zu 95% gestreamt wird. Ah, alles klar. Danke nochmal Darcy. Jetzt bin ich einen Tick schlauer. Jetzt muss ich mir nachher nur nochmal angucken, was mein Account wert ist. Dann fange ich an zu weinen. So. Ich weiß nämlich, ich sehe es wenigstens. Es dauert zwei Minuten bei mir, aber ich sehe wenigstens dein Hallo zurück. So, ich muss nur leider um Real Life kümmern. Mein Teppich in meinem Arbeitseck ist gerade angekommen. Ich freue mich schon riesig drauf, aber vorher muss ich hier putzen und auf, habe ich gesagt. Alles klar, Catberry, dir einen schönen Tag und einen angenehmen Start in die Woche und einen schönen Tag und jetzt weiß ich auch, warum der Wecker geklingelt hat. Das war nicht der Onkel Pipi Wecker. So. Wer weh hatte dich nie? Ria, erst mal guten Morgen. Schön, dass du da bist. Du warst in 16 plus 17 drin bei McLare. Die andere Rolle kommt in der Serie Die Abenteuer der letzten Helden, aber da ist noch nicht sicher, ob diese spezielle Folge noch 22 erscheinen wird und erst im Jahr da drauf. Dankeschön, Meisterdieb, für die Information. Also, wie gesagt, wenn ihr mal den Onkel in einer kleinen, mini, kleinen Nebenrolle hören wollt, dann Wayne McLare reinhauen, reinhauen, reinhören vom Meisterdieb natürlich. Also, ja. Und dürft ihr mir auch gerne Feedback geben. Ich persönlich finde mich ja nicht so doll der Meisterdieb-Sache. Ich habe das klasse gemacht. Irgendwo wird die Wahrheit dazwischen sein. Entweder hat mich WoW versaut oder es liegt am Alter. Ich kann mich kaum noch motivieren, etwas zu spielen oder gar ein Spiel mal länger als drei Stunden zu spielen. Kaufen natürlich trotzdem fleißig und denke immer, das spiele ich jetzt mal durch. Übrigens habe ich eine neue, wo ich es gerade höre, eine neue Playlist angelegt bei Spotify. Ausrufezeichen Spotify. Da habe ich eine Arcade-Playlist angelegt. Das sind so die Songs, die ich mit Arcade verbinde und ja, wo ich fast jeden Song auch ein Spiel zuordnen kann. So. Entweder hat mich WoW versaut oder es liegt am Alter. Ich kann mich kaum noch motivieren, etwas zu spielen oder gar ein Spiel mal länger als drei Stunden zu spielen. kaufe natürlich trotzdem fleißig und denke immer, das spiele ich jetzt mal durch. Schuch, du sprichst mir so aus in den Herzen. Das ist bei mir echt ähnlich. Also ich versuche mich in letzter Zeit wirklich zu zügeln, dass ich mir eben halt nicht mehr jedes Spiel kaufe und ja, einfach mal in meine Pile of Shame reingucke und da eben halt was spiele. Aber ich bin da genau wie du. Also bei mir ist es Dark of Camelot gewesen. Das hat mich einfach so sehr gesuchtet, dass ich wirklich auch eine Pause von, ich glaube, fünf Jahren gehabt habe, bis ich wieder angefangen hatte zu daddeln. Also, weil für mich war das einfach Zeitverschwendung und deswegen gibt es wirklich eine Phase, wo ich nicht gedaddelt habe. Es gibt eine Streamerin, die hat die Anno-Reihe über 35.000 Stunden reingesteckt und ich bin bei Anno 18.000, äh, 1800 und, äh, auch locker bei 1,7 Stunden. Wow. Keine Schande, Pile of Fame oder Pile of Games klingt doch viel, viel netter. Pile of Fame, Pile of Games. Ich nehme letzteres und möchte lösen. So, äh, in der 17 ist, äh, die Rolle gar nicht so mini. Stimmt, da ist sie, äh, relativ, äh, präsent, äh, aber ich werde nicht sagen, wann. Die sollen sich das, äh, gefälligst alles anhören. Und übrigens eine sehr, sehr prominente Stimme neben dem Meisterdieb natürlich auch, äh, der Synchronsprecher von Dr. House. Du wirst jetzt bestimmt sagen, wer das war, weil ich habe mir den Namen immer noch nicht gemerkt. Äh, ich gehe jetzt auch schon, äh, so ran brauche ich das, da fällt mir gerade ein, streamst du heute mit, äh, leiser? Seid ihr heute live? So, ich gehe auch mal, äh, schon ran, brauche ich das, äh, und habe die Zeit dafür, deshalb, äh, habe ich auch neue Spiele schon gar nicht mehr zu Release gekauft. Das mache ich sowieso nicht mehr, also wenn, dann nur im Angebot, aber Release-Spiele kaufe ich auch nicht mehr. Dann bin ich so stolz, dass ich Battlefield 2042, äh, mich habe nicht beeinflussen und Influenzen lassen von Dynamic. Der wollte nämlich unbedingt, dass ich das mit ihm spiele, aber ich habe gesagt, nee, das Fünfer war bei mir schon auf der Pile of Shame, äh, deswegen, äh, nein, werde ich mir nicht holen. Längste Spielzeit ist wahrscheinlich bei mir, WoW aktuell, Hearthstone, auf Steam Hunt Showdown mit 340 Stunden. Der hat die Bank schon genutzt? Ja, hat er, der hat Fotos gepostet auf Instagram. Ja, der Streamer mit seiner eigenen Bank. Gerne mal beim Meisterlieb vorbeischauen. Er ist wahrscheinlich schon in der Vorbereitung für seinen Stream gleich, deswegen, äh, warte ich auf die Antwort, ob er heute mit Leiser unterwegs ist und wenn ja, dann sollen sie mal ein bisschen früher online kommen. Also muss ich hier noch eine halbe Stunde überbrücken. Schuch, äh, ja, geht mir ganz genauso unfassbar, wie, äh, so viele Spiele in diversen Bibliotheken, aber nur einen Bruchteil angespielt, äh, wenn überhaupt. Ich, äh, versuche es immer, äh, versuche jetzt nicht immer krampfhaft und, äh, schaue, ob die Lust wiederkommt. Ist bei mir ähnlich, wie gesagt, und, äh, bei neuen Spielen halte ich mich halt auch zurück. Das klappt auch bislang wirklich relativ gut. Ähm, auch die Sales nehme ich nichts mehr mit. Ich habe zwar immer noch meine, meine Liste, ich kann immer reingucken, was da so drin ist. Aber wie gesagt, habe ich jetzt schon lange nichts mehr, äh, zugegriffen. So, nach, äh, was machen wir denn da? Zuletzt gespielt, machen wir mal. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich in meine Wunschliste reinschauen. Genau da ist die. So, da ist zum Beispiel Walheim drauf, ja. Sträube ich mich bislang immer noch, das zu holen, weil ich weiß auch, das wäre ein Zeitfresser, weil Grinden, Bauen, Craften und so weiter. Dann sind ein paar zukünftige drauf, wie Bilder es auf Egypt wieder aufbauen. Weiß ich auch, werde ich nicht spielen. Kerbal 2, Space-Programm ist drauf. Der Foodtruck-Simulator, äh, Projekt, äh, Zomboid habe ich drauf. Das habe ich, äh, glaube ich, hier bei Acid habe ich das gesehen und bei, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Jedenfalls, das habe ich, das wurde ja eine Zeit lang jetzt auch von Streamern eben halt gesuchtet, eben halt Projekt Zomboid und deswegen ist das bei mir auch drauf, auch der Beobachtung praktisch. Denn Universe Sandbox ist seit Ewigkeiten drauf. jetzt, wo ich keine VR aktuell habe, kann ich es eigentlich auch wieder runternehmen. Ähm, so, Solus, das Solus-Projekt ist drauf. Arizona Sunshine, wieder im VR-Titel. Black Mesa ist noch drauf. The Lab, ähm, Carnage Chronicles, Superhot VR, Population One, das sind alles VR-Games, dann Planet Zoo, obwohl es jetzt wirklich mehrfach zum wirklich spitzen Preis zu haben, weil ich, ganz ehrlich, ich gehe davon aus, das wird bei Epic landen und dann hole ich es mir da. Eben halt, dann wird es eben halt gratis sein. Ja, Vale VR, Moss VR, Boneworks, ähm, Dismantle ist drauf, Valheim, Saints and Sinners, äh, Walking Dead ist auch VR. Hood Outlaws and Legends, ich glaube, das kann ich runternehmen, ich glaube, das ist mittlerweile durch. So, was haben wir dann noch? Gold Hunter, das ist wohl, kommt wohl demnächst, das habe ich bei Pobi gesehen gehabt. Dann City Skylines, ist ein DLC immer noch drauf, obwohl ich, ich habe letztes Mal, ich habe es bei Honeyball gesehen, ich habe zweimal gespielt und mir sofort noch zwei weitere DLCs geholt und dann habe ich es wieder nicht mehr gespielt, ist wieder auf der Pile of Strain, das ist einfach traurig. Teardown, finde ich auch noch sehr lustig, hatte ich bei, wie heißen die Brothers hier? Ich komme nicht drauf, die sind bestimmt gleich live. Ähm, da hatte ich das gesehen gehabt, dann Party Animals, so eine Art, wie hieß das Spiel jetzt noch? Irgendwas, Human Flatfall, so ein Spiel ist das, mit Tieren sehr niedlich gemacht, aber ist auch immer noch nicht draußen, ich weiß noch nicht, ob das jemals rauskommen wird. Ja, und dann ein paar Arcade-Titel sind drauf, äh, von, von Fallgeist, das Tron-Paket ist drauf, aber ich spiele, spiele es nicht, warum soll ich mir das holen? Na, warum sollte ich mir das Spiel holen? Und der Feuerwerksimulator ist drauf, Firework Display Simulator und Arcade Paradise, das soll auch bald kommen. Da bin ich auch gespannt drauf. Und, äh, hier, The Day Before, da bin ich richtig gespannt drauf, das könnte ich mir sogar vorstellen, zu streamen. Das wird so eine Mischung aus DayZ und The Division werden. Also, wer war hier der Division-Suchti? Viel Spaß. So, ähm, schauen wir mal weiter. Gronkh Steam Account hat einen tagesaktuellen Wert von 60.000. Ja, muss man bedenken, dass der die ganzen, genau, die viele, viele, viele Keys hat der geschenkt bekommen. Na, also, das, ähm, den, den, den Wert, den er selber bezahlt hat, das wäre mal interessant. So, äh, Battlefield 2042 bin ich mir als Standard geholt bei Release, ähm, okay, das hat seine Problemchen, allerdings habe ich da auch Spaß drin, aber Ultimate oder Gold hätte ich nicht bezahlen wollen. Könntest du es sogar gratis zurückgeben, habe ich gesehen, ne? Wenn du jetzt Bock hättest und es sowieso nicht mehr spielst, dann könntest du es auch gratis zurückgeben. Schuhe, hab mal ein paar alte Disketten aus der Kindheit rausgekramt, vielleicht kommen da wieder, äh, die wieder ans Laufen. Das wäre auch schön. Strähnchen, moin. Das nächste Mal, was es bei mir gibt, war Star Wars, die Skywalker-Saga von Lego. Die hatte ich sogar auch auf der Wunschliste drauf für die Switch. Hab mich dann aber auch wieder dagegen entschieden, weil, wie gesagt, ich würde es wahrscheinlich eh nicht spielen. Meine Switch staubt nach wie vor ein und es ist so traurig. Was ich aber momentan spiele, das kann ich mal voll stolz sagen, also den Flugsimulator hatte ich gespielt am Wochenende und das Arcade-Ding, was ich mir geholt habe, das Ad Games, äh, Legends Gamer Mini, das habe ich tatsächlich am Wochenende gespielt und das macht richtig Spaß. Also da, wie gesagt, kommen richtig schöne alte Gefühle auf, ähm, aber auch da ist es so, du hast, äh, hunderte von Spielen und du weißt nicht, welches du jetzt zuerst spielen sollst. Also das ist das typische Frauenproblem, ich habe nichts anzuziehen. Äh, Allerdings beim Black auf dem Wecker sitze ich, ich muss auch mal los und euch verlassen, wohl eigene Kombi-Spaßen, euch noch einen schicken Morgen und, äh, Onke PPD einen tollen Stream, Muppet Launch, man macht keine Eigenwerbung für seinen Stream, nur so als kleiner Hinweis, aber dir einen schönen Stream und viel Spaß dabei. Das hättet ihr bei anderen Streamern einem fetten Ben eingebracht. Hallo, äh, keine Ahnung, ob es dafür zu spät ist eingeschaltet, aber habe ich, äh, habe aber Satis, was ist Satis? Hä? Da komme ich gerade nicht hinterher, da muss man mich aufklären, was ist Satis? Kann mich hier bitte jemand aufklären, was Satis ist? So, gucken wir mal lieber in der Zwischenzeit, wo wir heute hingehen können, denn wie gesagt, der Meister, die antwortet auch nicht mehr, dementsprechend denke ich mal, der ist an der vollen Vorbereitung, dann wird er nicht da sein. So, ich habe keine Ahnung, was das ist. Satisfactory, ja, das habe ich ein paar Mal gesehen, das ist Aufbau Deluxe und da, das heißt auch Grinden und genau wie Valheim, da bin ich überhaupt nicht der Typ für, deswegen, das reizt mich, äh, so gar nicht, das Ganze. Tja, schade, dass, äh, Meisterdieb, äh, zu früh abgehauen ist, da hätte ich euch heute gerne hingebracht. Mal schauen, wo wir dann hingehen können. Augenblick bitte, bitte warten, wir jetzt schon jemanden finden, den wir überfallen können. Dann gehe ich mal an den anderen Browser, gucken wir da ein bisschen, Dino, schmeiß sie nicht raus, bevor ich jemanden gefunden habe. So, wir, wir machen heute mal chillig, wir gehen, äh, zum DJ Vincent Price, der macht Musik, der ist gerade auf Malle unterwegs, ist auch am Rechner. Ja, ist er. Ich glaube, ich habe, äh, von ihm die Erlaubnis, dass ich das spielen kann. Dann gehen wir zum DJ eben halt rüber und, äh, machen da ruhig ein bisschen Alarm, ein bisschen Pipi-Rate, könnt ihr da gerne spammen, der freut sich über sowas und, äh, deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag beim DJ Vincent Price. Wie gesagt, die Musik von ihm, ihr habt ja eben gerade so ein bisschen gehört, ist, äh, ja, manchmal brauche ich das Antwort, das ist chillige, ja, was ist das, Trends? Ich würde sagen, das Trends, ne? Also, ich mag das. Ich mag das ab und an bei ihm, ihn nebenbei im Lurk eben halt laufen zu haben und, äh, das macht Spaß. Äh, wie gesagt, Mittwochabend, Communityabend, Mario Kart 8 wird gespielt. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder da wart und wir gemeinsam in den Tag gestartet sind. Äh, ansonsten nächste Morningshow am Freitag wieder für euch, ähm, ja. Und dann schicke ich euch rüber. Vielen Dank für alle Follos, die gekommen sind. Vielen Dank für den Raid von Pixideemon. Vielen, vielen Dank dafür, auch für die Hosts und dass ihr eure Zeit wieder mit mir verbracht habt. Hab einen schönen Tag, bleibt gesund, das ist super wichtig und, ja, vielleicht sehen wir uns Mittwochabend, Mittwochabend, ab 18 Uhr bin ich für euch da. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, viel Spaß jetzt erstmal bei Vincent Price und einen schönen Start in die Woche. Bis dann, ciao. So. Gehen wir nochmal rüber. Wo ist er? Da ist er. Und ich sag hier, ciao. Gehen wir nochmal rüber. Gehen wir nochmal rüber. Gehen wir nochmal rüber. Untertitelung des ZDF, 2020